dann recht herzlich willkommen zur 58 folge von was ist lust und was ist pflicht so das übliche intro wir haben viele neue dabei von daher mache ich das immer wieder gerne weil für die ein oder anderen ist es jetzt gewohntes terrain für die ein oder anderen das erste mal dann von daher das intro gern für die das erste mal dabei sind treten ist gut und schön und mit freunden über trading oder börsenhandel im weitesten sinne zu reden ist denn weise besser und schöner und insofern liegt dem untertitel oder dem titel was ist lust und was ist pflicht diesem webinar natürlich wie auch dieses mal ja eine bekenntnis zugrunde die niemanden von euch vereinnahmen möchte aber all jene gerne mit einschließlich in irgendeiner art und weise von dem riesen thema markttechnik in irgendeiner form angesprochen fühlen und wenn ich von mir rede da ist das ein ganz interessanter haufen dahingehend mit interessanten stellenweise bin und wieder vielleicht auch krassen thesen manche sprechen euch aus dem herzen die eine andere regt die these oder wie auch immer auch gerne euch auf das kann sein und es zeigt doch aber etwas interessantes nämlich es zeigt auch selbst dort wo wir anderer meinung sind zeigt es wie offen und wie kontrovers und vielleicht auch dieses mal eben zwischen händlern zwischen börsenhändlern zwischen traiter am ende des tages diskutiert wird so und aus diesem grund heißen wir sind recht herzlich willkommen zu diesem webinar für die die ganz neu dabei sind was machen wir nicht es wird kein webinar sein wo es darum geht ob morgen politisch hin und her der dax mit einem gap nach oben nach unten ölpreis oben unten oder im kreis auf all das ist nicht unser thema es geht nicht darum die märkte im detail zu besprechen sondern es geht vielmehr darum dass die marktteilnehmer beziehungsweise die teilnehmer uns ja dreht eingeschickt haben so auch heute und wir von den drehts dann selbst wiederum jetzt nicht einfach nur sagen was ist richtig was ist falsch ja und nein und gut sondern wir in den ganzen thematischen vielfalt die so ein dreht fachlich mit sich bringt eins raus bin eins picken wir raus und lassen den rest beiseite und ich denke so haben wir eigentlich über die jetzt sind ja schon fast zwei jahre jochen eigentlich eine gute erfahrung gemacht und so möchten wir es auch an dieser stelle an der stelle so halten so und wenn ich von dir rede dann finde ich das nicht alleine zu meiner rechten an der stelle jochen vielleicht zwei sätzen zu dir und zu deiner person und los geht's also okay jawohl nee ein herzliches willkommen in die runde die beträgerinnen und trailer meine sehr verehrten damen und herren wie der mich auch schon gesagt hat das webinar format ist ja sag ich mal jetzt nicht das klassische live trading oder klassisches analyse webinar oder die 85 da sag ich mal technische analyse formation die man ausländisch lernt sondern es geht darum dass mehr trades besprechen die eingesendet worden sind an der stelle ganz lieben dank für alle die eingesendet haben und damit das futter nicht ausgeht und die grundidee ist eigentlich die dass wenn sich ein trader hinsetzt und einen trade aufarbeitet so dass ihn ein dritter verstehen kann dass das ja eine art nochmals beschäftigung mit dem trade darstellt der gelaufen ist völlig egal ob der gut ging oder ob er schlecht ging und dieses sich noch mal damit befassen ist ja in der regel auch ein teil wenn man ein trading journal und trading tagebuch führt und es bringt es bringt große vorteile wenn man sich diese fleißarbeit gibt ja so war es bei mir auch trading journal hat mir wahnsinnig geholfen während meiner sag ich mal zeit als ich noch trading lernte und wir haben die große ehre so einen trade zu besprechen und zwar nicht ob er gut oder schlecht ist sondern micha geht meistens her pickt sich aus den eingesendeten trades ein thema heraus was schwerpunktmäßig besprochen wird ganz kurz zu mir was mache ich hier bei dem webinar ich bin der flügelmann vom großmeister der marktechnik für michael vogt mein name ist joachim schmidt viele kennen mich doch verschiedene webinarserien die ich jetzt in den letzten ich weiß gar nicht zehn zwölf jahren regelmäßig gemacht habe und messeauftritte als speaker und dergleichen und ich bin sehr happy bei dem webinar dabei zu sein in meiner zeit als ich das trading erlernte autodidaktisch wie es die meisten privaten trader machen mit allen problemen die dadurch hast damals war es bei mir halt so du hattest nicht die richtigen quellen an die du dich wenden konntest bis ich das große buch der marktechnik in die hand bekam von michael ja und damit hat sich einiges verändert bei mir und noch mal große ehre dass ich heute mit ihm dieses webinar gemeinsam bestreiten darf an der stelle gebe ich jetzt auch zurück an michael klasse dann zwei sätze zu mir und zu meiner person die meisten wenn mich dann eher über die bücher kennen große buch der marktechnik hinter buch rein und diese eigenschaften als buchshändler und als auto von diesen büchern ist es eben das was joachim auch schon sagte eigentlich unser ziel dann jetzt hier natürlich keine lesestunde zu machen sondern interessanterweise ein kleines bisschen über das zu reden was in uns vorgeht wenn wir traden was denken wir dabei was denken wir danach was denken wir darüber und wie gehen wir halt immer mit unseren schmerzen und hoffnungen um und genau das ist ja auch allen neben aller fachlichkeit aber eben nicht mit mahnten hand erhobenem finger auch innerhalb der bücher weil ja eben die story dahinter ist eben dass das alles mitunter vielleicht fachlich manchmal fraglich ist was man so tradet aber dennoch irgendwie menschlich richtig und da zwischendrin zu vermitteln ist nicht einfach und jochen und ich sind an der stelle hier ein bisschen mit angetreten nichtsdestotrotz sind wir wenn auch nicht sichtbar dennoch immer zu dritte an der stelle auch guten abend an die bar finden und hier ist der risikohinweis eingeblendet cft sind komplexe instrumente man kann das in aller ruhe lesen auf youtube anhalten und schauen dass wir den risiko wenn wir das eingeblendet haben wir haben sowieso keine live märkte von daher ist das wichtig aber nicht priorität bis oben von daher bafen guten abend und natürlich an ja so gesehen der führte dann im bunde und den ja natürlich da als hätte mehr sagen wer selber fest schön abend an der stelle und guten tag guten abend und tag wie auch immer schaut man auf die webseite halt mit drauf hier sind ja viele jetzt auch dabei die mit wehr self invest so im grunde gar nichts jetzt vielleicht an einer oder stelle zu tun haben an der stelle nur den hinweis und dann fangen wir auch an es gibt zu diesem webinar format ja noch ein zweites das läuft immer im versatz alle 14 tage jetzt wieder am 21 sprich nächsten somntag wo wir privaten trädern live über die schulter schauen das ist auch ganz interessant so gesehen die fortführung von diesem format da wiederum ist es aber so das möchte wir ja selber so dass das nur für kunden ist wenn der ein anderer sagt mensch dieses format interessiert mich auch und ich wollte ja sowieso vielleicht irgendwie noch bei einem zweiten program was machen einfach hier anrufen nicht beim jochen nicht bei mir wir haben damit gar nichts zu tun ja an der stelle hier beim stefan anrufen der freut sich der meister auch ein cooler typ und er kann das mit ihnen im detail dann durchsprechen für den fall dass man auch an dieser serie die mittlerweile haben wir sehr viele interessante jungs da immer drauf gab ja absolut ja zurzeit ist der florian auch inhaltlich sehr tief und von der art und weise gell jochen ich denke da haben wir gute 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 statements immer da drin ja ja definitiv ja und diesmal ist der florian hat das letzte mal hat er ja vorgestellt was er macht ist beim nächsten mal wieder dabei ja und dann sind wir auch hier natürlich froh wenn wenn trader bereit sind sag ich mal und auch den mut haben natürlich ja im webinar zu erscheinen uns freut immer deswegen auch hier bitte kontaktaufnahme wenn jemand also mit referent sein möchte oder sich vorstellen möchte kann er sich gerne bei uns direkt melden alle anderen bitte die anmeldung über den stefan fröhlich okay na dann jochen wer fängt an ich übrigens ich weiß jetzt als was ich mich füge ich habe gerade darüber nachgedacht aha aha und als gurke okay micha micha das ist okay so weißt du alles okay ja siehste und ich habe mir heute alles eintragen lassen heute fühle ich mich als burke so jochen ich habe ja einen schönen trade mit so soll nicht ich anfangen wie immer du bist du bist großmeister mit dem thema und dann kannst du immer schön aus deinen trade besprechungen ins thema rüber gehen dann mache ich zuerst kommt warte warte jetzt muss ich erst mal oh gott wo muss ich erzählen ich möchte den bildschirm teilen du musst mich zum haust machen micha zum horst warte 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 ich überlege gerade sekunde mal teilnehmer ne warte sekunde 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 doch über teilnehmer müsste es gehen ah ja ja genau alles alles gut jetzt mache ich rollenwechsel zuschauer nicht alles klar und es geht los so also für die die ganz neu dabei sind jetzt wird jochen dahingehend mit übernehmen dass wir den ersten trade ich habe einen zweiten trade damit ein kleines bisschen inhaltlich mit darstellen von daher jochen los geht's jawohl und auch hier immer wieder der hinweis ich überfliege die trades am anfang nur also ich arbeite jetzt nicht durch damit wir sie gemeinsam während des webinares besprechen können jetzt doofe frage sieht man hier dieses pdf ja doch ja okay alles klar moment ich gehe etwas näher ran herzliche grüße noch mal an den mauritius der mir einen haufen trades geschickt hat also ganz ganz lieben dank ich greife gerne auf so ein pot an futter zurück und hat wirklich unterschiedlichste trades gesendet und ich habe mir vorhin auch wirklich mit verbundenen augen ein rausgegriffen trade nummer acht den besprechen wir jetzt und ja damit lege ich los und ich mache noch ein bisschen ich gehe noch ein bisschen ich muss das klappt so nicht ein bisschen zurück so sieht man aber alles was er hier eingesendet hat ich versuche noch mal vollbild hinzukriegen sorry ich weiß es nervt wenn man immer versucht irgendetwas hinzukriegen was man im vorfeld schon machen hätte können aber ich entdecke es nicht gut macht nichts also vor dem trade trade vorbereitung wir sind hier auf der stunde das ist seine großwetterlage achtung ist er jetzt fachlich falsch wenn ich sage die stunde ist die großwetterlage aber ich nehme an die mittlere trendgröße guckt er also an der mauritius in dem er sich verortet so und ich weiß nicht wie sie ich kann gerade nicht ab abchecken was ihr seht und was ihr nicht seht soll ich dir das reinmalen damit du das siehst nee mir geht es darum dass der screenshot nicht verschluckt wird ich habe tausend fenster hier ich komme ich mache jetzt erstmal meine analyse zur gwl nicht weil ich der bessere bin oder irgendwie sowas sondern ihr wisst ne drei trader sechs meinungen und deswegen große großwetterlage schreibt er hier intakter abwärts trend das ding hier ist eine großwetterlage und ich sage moment 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 ich sehe hier einen ganz großen aufwärtstrend und ich sehe einen mittleren aufwärtstrend und das was ich hier sehe das ist die korrektur dieser beiden trendgrößen außer man geht her und sagt hier ist ein bruch drin aber ich sage das ganz ehrlich ich würde das sofort als korrektur werten und nicht unbedingt als abwärtstrend den jetzt aus der short richtung nehme ich an dass er das gemacht hat handeln wollen würde aber schauen wir mal was was er was er weiter schreibt oder weiter zeigt also nochmal für ihn die großwetterlage ein abwärtstrend der die korrektur beendet hat aha hier sehen wir es doch ich denke er wird short gehen hier sieht man also hier dass die neue trendbewegung des abwärtstrendes kommt was er macht was die gwl angeht ist nicht falsch es ist ein abwärtstrend das stimmt wer short geht hat diese abwärtstrend größe zumindest im rücken läuft halt aber gefahr dass das nur eine korrektur ist gegenüber dem aufwärtstrend hier der auch optisch gut gestaltet ist wenn man hier überhaupt von gut reden kann ich weiß nicht was so ein markt das ist glaube ich so eine krypto geschichte aber doch mal für mich ist eine korrektur okay jetzt bin ich aber gespannt muss radieren moment und micha siehst du es anders oder ist okay nein ich bin erst mal bei dir okay gut ja zwei gegen einen wie geht es weiter signal trend größe ja er geht auf dem 15er runter in ordnung das heißt wir sehen hier aufgeklappt den abwärtstrend der von oben kommt genau das war die korrektur die für ihn beendet ist auch hier könnte man sagen ach schau mal kleineres korrektur hoch ist überschritten und jetzt kommt hier die ersten anzeichen kommen rein dass der markt dem abwärtstrend folgt er zeichnet hier auch ein wie er sich den verlauf vorstellt oder sprich eine verlaufsform nicht nicht jetzt punktgenau nämlich an so was kann man hier zu sagen meine großwetterlage oder signal trendlage 15 zu 1 ist eigentlich ja ich finde es zu nah beieinander jetzt rein rein vom feeling her aber gucken wir uns mal genau an was was hier eigentlich läuft wir haben diesen aufwärtstrend der nur die korrektur darstellt und dieser aufwärtstrend ist intakt also diese trendgröße ist intakt ich habe keinen abwärtstrend hier drin gleichzeitig ist hier zwar eine hochpunktüberschreitung drin aber achtung wiederum nur vom kleineren der übergeordnete abwärtstrend ist intakt also eine richtig beschissene situation hier also hast jetzt gegensätzliche trendgrößen du hast auf dem großen aufwärtstrend du hast auf der mitte in abwärtstrend der abwärtstrend hat die korrektur hier laufen und die korrektur selber ist wiederum ein aufwärtstrend der aber intakt ist okay jetzt bin ich aber echt gespannt langsam was er da macht ja signallage warten auf intakten aber erwartet sehr schön erwartet auf einen intakten abwärts renner wunderbar sell stop bei bruchpunkt zwei hier dann müsste das hier das ist der punkt zwei also sprich legt er sich hier unten rein ich glaube er meint den noch nicht vorhandenen trend wenn dessen punkt zwei kommt oder das hier dann okay alles da dass wenn er runter kommt in ordnung okay ist aber auch finde ich recht risikobehaftet weil nicht weil noch mal nicht weil wir es die schlaueren sind oder so sondern also wenn man schon so einsteigt dann würde ich auch wirklich ich würde versuchen ein trend zu sehen so wie es zeichnet und wenn der da ist wenn der gut gestaltet ist achtung wissentlich mit der übergeordneten geschichte aus dessen korrektur würde ich es versuchen hier an der stelle kann es da passieren der markt zieht runter und geht gleich mal wieder hoch weil noch mal der übergeordnete aufwärtstrend ist dominierend im markt da kannst du dich relativ schnell erwischen aber noch mal das ist von meiner seite nur als hinweis zu sehen nicht als oder großmeister redet und jetzt muss der großmeister auch recht behalten nein überhaupt nicht okay jetzt hat spannend gehen wir gehen wir weiter jetzt ja hat es erwähnt weil wir hatten ja beim letzten mal auch diesen wert aber das ist ja ein fortführender dreht nicht dass jeder ein anderer denkt dass wir dasselbe noch nein 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 es sind immer unterschiedliche über zehn trades hat er eigentlich eingesendet ja genau ja genau das macht er gut er geht immer nach der gleichen art und weise vor also daran kennt eine struktur ganz klar und ich habe auch extra nachgeguckt habe sagt sieht manche sachen sind sehr ähnlich aus hat der markt hier nee ist ein anderer er hat er hat noch einen anderen markt aber auch relativ so ein bisschen illiquide daher kommt so jetzt achtung jetzt wird langsam spannend aha da haben wir genau das schaut mal jetzt hat er die kerze runter eine ganz kleine kerze hoch und jetzt müsste sich die trendbewegung kommen also lässt er sich hier einstoppen entry bei pfeil eine einheit stop auf lila linie alles klar also mit einheit meint er eine risikoeinheit wir reden hier nie über geldbeträge das ist eh irrelevant ja sondern was ich aber gut finde er macht den hinweis er hat also ein risikomanagement und richtig wenn er doch den kleineren trend handeln möchte dann müsste eigentlich das stop hierhin jetzt hat er doch einen kleineren hier hat er nicht mal einen bruch dieses aufwärtstrends also ich weiß nicht ich habe den eindruck er hat er hat im moment eine chance der markt muss relativ schnell ziehen dann hat er alles richtig gemacht aber ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht eher erst mal in die seite geht und dann dass wir dann sehen wie der markt sich entscheidet okay machen wir weiter ja genau da ist es schon ja genau okay was schreibt er da nee noch gar nichts also noch mal stop war hier genau das hier ich komme gerade durcheinander ja genau hier schau mal dass es war das war der triggerpunkt ne einstieg genau genau so fort geht der markt hoch genauso wie ich gesagt habe nein nein ich habe es vorher nicht angeguckt ohne witz jetzt das ist das ist der klassiker der trend ist intakt das heißt das hier ist nur die korrektur die kommt zwar rein als ob es weiter rennt aber siehst du oft ne minimaler abwärtstrend zack und der markt geht dann wieder hoch gut ist nicht schlimm sein stop liegt hier oben alles klar jetzt bekommt er eigentlich den ersten abwärtstrend jetzt bekommt er den ersten deutlichen abwärtstrend okay er ist ein gewinn alles gut so das wäre mein einstieg gewesen wenn ich überhaupt short gehen will da gute bewegen runter und jetzt kommt der markt und macht den da und wird ausgestoppt okay also er hat einen gewinn trade gemacht jetzt weiß ich nicht ich glaube er macht das nicht im nachgang dass er nochmal zeigt wie der markt insgesamt verlaufen ist ist aber auch wurscht okay lassen wir mal gucken stop führung ist eigentlich in ordnung ist gut macht er gut und er kriegt ein gegensignal hier auch rein hier unten eigentlich schon genau und das ist das richtige ja das marschiert auch hier durch ich kann mir vorstellen der markt hat weitergemacht ja vom von der ganzen trendlage her aber immerhin schaut mal ich finde es immer wieder faszinierend zwei trader gucken den markt an und kommen oft genug zu unterschiedlichen ansichten sogar zu unterschiedlichen positionierungen also ich hätte zum beispiel gesagt ah ich weiß nicht short ich weiß nicht ich will nicht ist nicht so mein ding er geht short er hat einen gewinn wird aber raus gestoppt und vielleicht zehn minuten später ist der markt da oben und ich hätte gesagt hurra guck mal ich will richtig legen aber diese betrachtungsweise ist so lächerlich wenn man mal so richtig drüber nachdenkt denn theoretisch kannst du handeln wie du willst entscheidend ist deine gewinnsicherung und das macht er nicht schlecht mit seinem stop also er geht mit gewinn heraus und ich es richtig sehe nee geht er eben nicht quatsch er wird sogar null auf null ausgestoppt aber ihr versteht was ich sagen möchte denn oft genug ist es so da trader unterschiedlich positioniert sind sowohl von ihren ausrichtungen also ausbruch bewegung trend oder mit anderer nähe oder abstand zum markt mit anderer sichtweise auf dem markt kann es nämlich passieren zwei trader stehen gegensätzlich und beide verdienen geld und das sind geschichten die darf man auch nie vergessen ich weiß die meisten anfänger haben dieses bild im kopf aha ich komme ich werde jeden markt egal zu welcher uhrzeit meistern und geld darin verdienen denn man hat den eindruck ich bin allein und ein paar leute die machen das gleiche wie ich und genauso ist es nicht in den märkten es ist eine gemengelage aus allen möglichen richtungen man nennt es auch liquidität je mehr mitmachen desto besser also ganz anders als draußen wenn du ein gewerbe hast da willst du eigentlich nie konkurrenz haben hier ist es das beste wenn viele mitmachen aber dadurch kommt auch das zustande dass man völlig gegensätzlich im markt unterwegs sein kann und dennoch geld verdienen kann obwohl du anscheinend falsch oder richtig lagst was schreibt er hier ach mich ja siehst du ja habe ich es nicht gewusst lange rede kurzer sinn also er kennt der große trend drückt aus dieser korrektur dann auch richtig wieder rein so nur weil ich das jetzt mehr oder weniger am anfang schon bemerkte heißt das nicht dass man jetzt hier millionär geworden wäre aber die sache sieht echt gut aus hier long zu gehen also er hat die korrektur erwischt ganz klassisch und hat natürlich genau diesen effekt wiederum du bist im gewinn dann sagst du hurra ich habe alles richtig gemacht und zoing bist du null auf null oder im minus das ist das typische korrekturgeplänkel was du oft genug hast mich ja sieht es manchmal ein bisschen anders aber es ist so meine erfahrung die ich in meinem trading in vielen jahren letztendlich mir reingesungen habe und dann durch erdalt schäne immer wieder den ich auch sehr sehr hoch halte mit seinem buch professioneller börsenhandel das war ein riesen tipp als er sagte lass mal die korrekturen weg und seit ich das gemacht habe wurde meine performance die eh nie wichtig ist aber für die meisten leute ist wahnsinnig wichtig wurde automatisch besser denn wenn du eh schon eine verteilung von verlust und gewinnt trades hast und du schaffst einen bestimmten teil von verlust trades rauszulassen nämlich die korrektur trades die meistens schief gehen bei mir oder meistens stressig sind dann hast du automatisch schon eine bessere performance ja also deswegen ich hasse korrekturen ich will korrekturen nicht angehen ich möchte immer in die übergeordnete trendbewegung rein und das sage ich jetzt auch nicht pauschal in bettung gemeißelt wenn eine korrektur so reinkommt dass er mit brachialgewalt alle trendgrößen bricht dann gehe ich auch short ist schon klar aber die klassische korrekturgeschichte lasse ich immer weg also der Mauritius hat auch die klassische erfahrung gemacht ich finde er hat sich gut verhalten aus richtung den trend hier hat seinen stopp sauber gezogen gott sei dank hat er einen stopp da erkennt man auch das schrecken des fehltrades aber dass du falsch liegst im markt der muss ja gar nicht sein weil dein stopp rettet dich ja er ist hier rausgegangen bei dem gegensignal wie es sich gehört was schreibt er denn ich denke hier habe ich fachlich tatsächlich alles richtig gemacht ja die grund aus die grundanalyse jedoch muss ich sagen ich weiß halt nicht war im bewusst dass in der korrektur steckt ja oder nein aber ich finde fachlich aber hier sauber den trade geführt micha würdest du es außersehen ich finde schon okay oder es ist ja so viele von uns wie gesagt es sind ja nicht nur anfänger immer dabei und wir haben die signallage und wir haben wegen mir die gwl die übergeordnete geschichte und diese und die signallage die kann ich ja in die drei handelsausrichtungen jetzt wegen mir trendbewegung ausbrecher machen und so und ich glaube ich glaube sicherlich gibt es da ein paar fachliche sachen die man beachten muss aber das ist jetzt nichts wo man sagt da braucht muss man ein jahr lang verstehen bis es ich glaube dass in der signallage eigentlich immer gerade bei dem fortgeschrittenen viel viel richtig gemacht wird da kann man auch im grunde nicht so viel falsch machen ja aber die verortung dieser signallage dann in der gwl ja das ist etwas wo man sagt und je mehr man hier besser wird und so weiter dann passt es und hier selber was willst du hier auch anders machen welche zieht sich ein kleiner trend auf und der fakt dass er nicht hier oben rausgegangen ist wo du sagst weit über der zwei der fakt dass er hier nicht noch nachgekauft hat da weiß der geier im grunde hat er ja weil er vieles nicht gemacht hat schon sehr viel richtig gemacht genau weil er eben sich das und das jetzt könnte man rumstreiten ob man hier zwei cent drauf zwei cent runter was nicht geschenkt alles egal passt er wollte halt den untergeordneten trend oder den signaltrend hier runter handeln an die zwei okay dafür ist er jetzt angetreten passt und im dinge ist in dem sinne stimmt der stoppverlauf zu dem was sein thema war ja weil das der jochen da so schön jetzt gesagt hat jetzt zu dem drehen man muss mal schauen da habe ich auch lange drauf umgedacht ich hatte hin und wieder vielleicht auch mal hier schon gesagt es ist wirklich spannend weil ich könnte ja ich weiß jetzt nicht wie man würfel mal hier ich mach mal schematisch gell so jeder hat ein würfel zu hause irgendwie von den kindern jetzt könnte ich ja hier auf dem würfel long und short draufschreiben und hier oben nochmal long und short und auf die anderen seiten und lass das ding hier rumpurzeln so und sag ich will jetzt traden würfel her long und short ja genau okay wenn ich jetzt aber noch eins sage dem würfelwurf wenn ich ihn nur so lasse blöd ich kriege das aber total fachlich gerade selbst mit einem mit einem würfelwurf wenn ich eine sache beachte nämlich ich mich frage ab wann liege ich falsch das heißt wenn der würfel sagt long gehe ich einfach blind long ich gehe einfach blind long aber ich habe die frage im rucksack ab wann liege ich falsch das ist was anderes würfel plus frage ist nicht dasselbe wie der hat gesagt würfelwurf nein würfel plus frage ab wann liege ich falsch so und worum geht es bei dieser ab wann liege ich falsch ich müsste ja nur drei handelsausrichtung haben geht ja gar nicht um einstieg brauche ich ja nicht der würfel ist mein einstieg der sagt jetzt gehe ich long so und jetzt habe ich trend bewegung ausbruch so und ich sage meine handelsausrichtung ist trend ich laut würfel ich will trend handeln jetzt egal ob es einen einstieg gibt um sie egal ich nehme einen würfel so und in dem moment passt es so und wenn ich jetzt hier den würfelwurf hier gerade habe jetzt und ich gehe dummerweise sagt der würfel short dann weiß ich an der stelle hier unten beziehungsweise wenn er hier oben übergeht ist es falsch weil der abwärtstrend ist einfach nur mal da oben es ist einfach nicht da ab wann liege ich falsch spätestens hier oben weil der trend weitergeht so genau und in dem moment wo jetzt ein händler hier weiß mit seiner handelsausrichtung was er macht ab wann er falsch liegt so ist es dann hat er schon mal wahnsinnig viel richtig gemacht ab wann liege ich falsch ist was anderes wie wann gehe ich rein in den markt das könnte ich im zweifelfalls auch mit einem würfelwurf erledigen wenn ich die frage im petto habe doch und wie war das bei dir ab wann haben sich die einstiege die wertigkeit gegen andere fragen ausgetauscht man lang hat lang gedauert ich habe halt auch um mich um mich geschlagen wie schon gesagt ich war wieder oxenberg also auf diese fachliche hinterfragen wie du es gerade bringst es hat lang gedauert bis ich darauf gestoßen bin erst durch deine bücher erst durch die bücher kam ich dann mehr oder weniger hin und dann aus heutiger sicht manchmal auch völlig unverständlich dass ich so lange gebraucht habe also ein trend richtig zu definieren und zu bestimmen bin ich in einer korrektur da bin ich in einer bewegung allerdings was für mich auch eine eingabe war ich hatte damals kontakt zu einem berufsspieler und das war sehr sehr das war sehr sehr interessant was hat der gespielt jetzt poker oder was poker ja poker und ich habe gehört du bist auch ein sehr guter pokerspieler mich ja kann das sein ja ja dann ist er hervorragend wenn mich ja sagt okay also ich ich habe noch nie für echtes geld gespielt oder so aber was bei dem so klasse war der hat mir damals also letztendlich hat er mir was umschrieben wo ich begriffen habe moment mal also er weiß er zockt aber er weiß genau wie er zockt das heißt für den ist es ganz klar er kann rausfliegen und dann ist sein verlust festgeschrieben damit kommt er aber zurecht und das war für mich so ein übertrag auf die tradereien habe ich zum ersten mal begriffen dass ich gesagt aber im training ich kann gewinne ausbauen ich muss aber das money und risikomanagement ähnlich sehen ähnlich sehen wie im berufsspieler denn damit überlebt er letztendlich weil ich weiß dass das poker eigentlich noch ein psychologisches obendrauf ist aber ich fand es hochinteressant weil ich selber habe oft nach dem unterschied gesucht zocken traden investieren war für mich eine sehr bewegende geschichte vor allem zocken und traden ich wollte kein zocker sein ja ich wollte kein glücksspieler sein habe mich aber lange so verhalten ohne es zu merken okay aber was schreibt aber rietz noch mal auch mental war ich ruhig okay sehr schön es lief alles so wie ich es erwartet hatte okay wirklich horizius also dass der markt so durchgestiegen ist gegen dich das glaube ich jetzt nicht sondern eher so weiter gemacht aber das hast gut gemacht trotzdem praktisch keinen gewinn gemacht ja das sind die vielen nur auf nuller kleinen gewinne erst im gewinn dann wieder im verlust und so weiter und so fort typischer korrekturhandel was kann ich beim nächsten mal verbessern nochmal von meiner seite aus ich mache mein gequatsche hier weg und ich hätte die position drehen können das weist aber auch erst hinterher wenn du hier an diesem bereich mehr oder weniger sagst das ist die großwetterlage und den rest aber ausblendet dann würde ich das nicht empfehlen beim nächsten mal ja sondern dann brauchst du gar nicht drehen wenn du gleich in die auto also sag ich mal in die übergeordnete trendrichtung versuchst reinzukommen aber auch das ist sehr pauschal von meiner seite gesagt denn auch die übergeordnete trend geschichte kann ja auch sag ich mal schon in dem anführungsstrichen alter sein wo solche trades dann auch krepieren wenn du ständig long gehen willst aber lange rede kurzer sind gut gemacht ja also drehen geht ja rein im praktischen handel nur an zwei stellen dass ich sage ich bin ausgestoppt und bin kurz dabei die position einfach zu drehen aus long mach short und so weiter das eine wäre dass ich mit einem qualitativ minderwertigen trade begonnen habe beispiel was ich damit meine ich habe mich hier keine ahnung in die korrektur rein gefräst wegen mir auf der shortseite obwohl die gwl sagt nach oben und jetzt kriege ich das gegensignal rein und gut das heißt der zweite dreht als der dreht eins war von der qualität so gesehen tiefer und der dreht noch mal zwei ist von der qualität an der groß wetter lag und der verordnung jetzt gemessen gibt verschiedene kriterien dann könnte ich drehen weil ja der drehung einen besseren dreht ergibt der engel vergleich zum ersten anders im vergleich dazu wenn ich einen qualitativ guten trade gemacht habe kann ich nicht innerhalb nachdem ich ausgestoppt bin sofort sofern ich betone die qualitätsmaßgabe durch die groß wetter lage bedingt ist kann ich nicht sofort wechseln die position natürlich kann ich es machen drauf drücken kann ich immer der broker wird dem ist das egal und der börse auch aber was das qualitätskriterium betrifft müsste letztere ja abnehmen weil die gwl sich ja nie so schnell ändern kann wie die signallage ist das jedem klar da draußen ich denke dass das dürfte jetzt nicht 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 das thema sein dieses drehen das andere wo man drehen kann permanent ist wenn wir im niemals land sind dann ist feuerfrei in beide richtung dann kannst du drehen musst du auch drehen wie du lustig bist weil bis sich die groß wetter lage aufzieht das ist die qualität nicht mehr dadurch bestimmt durch die groß wetter lage das ist raus dass du die qualität dennoch offen hältst der dreht weil du dann vielleicht mit der stippzahlen ein stück runter gehst ist eine andere kiste dann tust du es anderweitig definieren aber so gesehen kann ich im niemals land feuerfrei in beide richtungen oder ich habe mit dem qualitativ niederen dreht begonnen und dann in die höhere gewechselt das würde ja auch noch passen ich weiß nicht kann der eine andere nachvollziehen was ich meinte mit dem wechseln einfach hin und her wenn man sich erinnert wie man früher getradet hat ganz früher dann war es doch völlig normal durch der markt läuft rein hier bin ich long hier gehe short hier bin ich short jetzt bin ich ah der markt dreht und man sieht das alles wie so ein krimi wo du sagst mal gucken wo der täter hingeht rauf runter links rechts das hat sich versteckt scheiße und stichwort interpretieren ja beim interpretieren ist natürlich dann oft so dass du ja permanent long und short und short und long ist am ende des tages muss auch kann auch mit unter was positives raus kommen da steht alles nicht 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 zur disposition es geht nur unter dem gesichtspunkt der qualität und wenn jetzt hier unten da gestehen weil ich hätte die position drehen können okay dann muss man nur noch mal gucken mit der gwl wie sieht das bei dir aus mit der gwl und die qualität der dreht in der zwischenzeit sehr sehr gut also das sage ich jetzt mal ohne eigenlob aber ich habe viele monate jahre nach dem prinzip gearbeitet wie du es gerade beschrieben hast ohne zu wissen was ich eigentlich mache und es an meinen live trading webinaren bringe ich das auch mal als beispiel wer ohne großwetterlage arbeitet wird oder wer bewusst auf großwetterlage verzichten möchte und dann eben nah am markt arbeitet kann hergehen und würde ich jeden trend den er sieht versuchen zu handeln dann wäre das zum beispiel absolut legitimer einstieg du musst aber abhauen in dem moment wenn der trend gewechselt wird oder wenn er gebrochen wird jetzt kommt aber ein riesen problem wenn das so trade ist ohne zu wissen dass du so trade ist wenn du in den markt reinkommst wahrscheinlich die hochs gerissen werden und die tiefs gerissen werden aber der markt zurückfedert dann machst du einen trade am anderen und du kriegst den sogenannten drehwurm also beim drehen habe ich das wort drehwurm in mein tagebuch geschrieben du drehst und drehst und drehst und der markt macht drei stunden das und du kommst irgendwann beginnst dir alles über bord zu schmeißen und gehst nur noch von den ranges also von der von der seite von den gegenseiten an und in dem moment wenn der jochen schmidt kam dann ist der markt dann durch dann hast du nach oben gedreht dann ist er wieder runter und also sagenhaft wie man sich ein konto ruinieren kann wenn man sagt ich trade rund um die uhr auf den kleinen zeitenhalten ich bin sculpt trader ohne zu checken was du eigentlich machst denn und abschließend auch der sculpt trader der das was der micha und ich gerade erklären sehr wohl weiß der sieht dass der macht ja auch eine analyse ich meine sind der sculpt trader darf einen punkt innerhalb des spreads arbeitet sondern der versucht einen kleineren oder kleinsten trend vielleicht irgendwie ein bisschen zu nehmen oder nur die bewegung der wird ein teufel tun wenn die groß wetterlage aufzieht dann ständig gegen den trend zu gehen das darf man auch nicht vergessen es ist sehr sehr interessant weil manche leute denken aus sculpt trading heißt feuerfrei sich ja feuerfrei aber ein kluger scalper hat dennoch das übergeordnete bild im kopf und wenn er dann anfängt zu scalpen innerhalb der trendrichtung kommt ja auch irgendwann der entwicklungsschritt eines scalpers michael jetzt wag ich mich ein bisschen aus dem fenster kommt der entwicklungsschritt eines scalpers dass er sagt naja also wenn ich doch eh schon in der großen trend bewegung bin und unter die schönsten großen läufe habe dann mache ich jetzt aber nicht mehr auf zehn punkte und hau ab jetzt versuche ich einmal 50 oder 60 oder 70 zu holen und das ist ein riesen das haben wir hier als nächsten treat haben wir sowas sehr sehr schön okay ja super also noch mal maritius herzlichen dank für die sehr schöne aufarbeitung für das klare die klare struktur gefällt mir bei ihm man kann sofort nachvollziehen was er macht ah ja genau monetärer erfolg ja klar gewinnen alles klar dass das haben wir soweit da kommt nichts mehr liebe grüße mauritius das nächste mal nämlich bestimmt auch noch mal einen von dir es sei denn jemand anderes schickt noch ein trade ein die kontaktdaten habt ihr leute wir wollen von euch trades sehen völlig egal ob sie im demo oder in echt geld gemacht sind völlig egal ob gewinne oder verluste völlig egal ob ihr anfänger oder super profis seid ihr merkt es geht hier nicht um eine bewertung sondern es geht immer um eine fachlichkeit und in diesem sinn gebe ich zurück an den micha ja vielleicht kannst du mir noch mal hier ein leeres blatt geben hier bei dir aber da wollte ich gerne auch hier unter die letzte folie wo ich so ein bisschen rum malen kann warte 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 du hast da was wir haben doch interessantes gesagt einfach noch ein stück hoch scrollen oder runter scrollen oder weißt der geier okay da hier okay weil dieses wo du sagst der drehwurm ja das ist also ich war lange zeit da drin und wie gesagt da gab es ja auch diesen intra d verlaufen noch nicht so wie man das kenne wie man es heute kennt darin auch verhaftet und das hat man dann auch stellenweise da sehr anführlich für gut gehiesen weil man sagt okay dann lasse ich die zähne ausbeißen dass man in zeitwärtsphasen wie auch immer die klein jetzt sind was auch hier und jetzt möchtest du der erste sein ja genau das geht darum der erste zu sein und das wiederum dieses erste dieses ziel das kriegt ja automatisch noch ein treppchen ein treppchen was immer höher also die wichtigkeit nimmt zu der erste zu sein wenn du nachdem du dieses ziel gemacht also angestrebt hast und das ging halt in die falsche richtung ja das heißt du halt ist der erste sein einen auf den sack gekriegt einen auf den sack gekriegt und jetzt sagst du jetzt will ich erst recht der erste sein also man weiß sich dann so rein ja dann beißt sich rein und das ist eine weite weite entwicklungsstufe irgendwann zu sagen was mache ich da hier wesentlicher punkt ist natürlich dass man irgendwann mal sieht das ganze gesamtspiel in irgendeine richtung in ein gesamtbild einzufügen ja da kommt doch von hier unten als beispiel dann ist das doch alles hier ein großer punkt zwei und scheinbar das alles ein schräger punkt drei oder 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 von andersrum und so weiter und dann der große entwicklungsschritt nicht mehr der erste sein zu wollen sondern zu sagen gott sei dank bin ich der zweite gott sei dank bin ich der zweite sehr schön gesagt da fühle ich mich wohler wenn ich in der zweiten reihe kommen und der mark ging drüber und ich kaufe ich in die erste korrektur ein oder aber an der stelle dass man ganz umgabe das ist eine andere geschichte sagt früher habe ich hier auf der long seite rum gehandelt mittlerweile dann eben wo du sagst komm nehmen wir das mal als fehl signal und 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 man dreht die ganze kiste sogar ganz sogar um dieses erste sein zu wollen was man am ende des tages auch kein richtig fachlich erklären kann warum auf einmal ganz urplötzlich dieser eine markt und diese eine situation also eine wichtigkeit bekommt wo man sagt also naja ja ja das ist aber das gleiche wenn hochs und tiefs gefischt werden ähm du kannst ja vorgreifend auf den trendwechsel schon in die weit gelaufene bewegung der korrektur in die gegenposition eingehen ne ähm das das kann man ja fachlich noch halbwegs begründen nur zu 90 prozent geht es darum ich sag's immer in den webinaren nicht die pflicht abzuliefern sondern jetzt will einer die kür er will das tief oder das hoch und das ist so ein magischer anziehender moment wenn du einmal mit dem scheiß anfängst ja und dann nicht fit bist dass du eben deine drei vier fünf ausstopper kassierst und erst beim sechsten rennt aber da bist du nicht mehr dabei weil schon so ein hals hast ja oder gerade pinkeln bist und zurückkommst und rennt der markt ohne dich und diese ganzen nerven aufreibenden geschichten ja die habe ich halt auch intensiv durch und genau das hast du was du hier gesagt hast ja du bist der erste sein stimmt ja es ist wirklich so und irgendwann wirst du älter ja und irgendwann wirst du älter und kriegst den weißen bart so wie ich und du sagst warum warum muss ich der erste sein und plötzlich wird das richtig entspannt und du fühlst dich total souverän bist in kontrolle bis nicht mehr der jockel der hinterher rennt ja okay micha dann gebe ich an dich zurück geht es ein mental damit gell naja klar okay nein nein ich wollte dich gar nicht abwürgen nein 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 im grunde das hier genau ich habe jetzt hier auch ein schön dreht von dem kurvus mitgekriegt ähm genau genommen äh jochen warte mal warte ich muss dich ich muss dich erst zum haus machen warte warte ja genau warte 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 bist du denn die dritts die ich jetzt hier bekommen habe die bestehen aus einer folie äh aber sie sind hochspannend da war wahnsinnig viel text ich hab das wie äh ich weiß nicht du bist jetzt host du bist host okay aber ich sehe ja kein menü mehr wie ist das jetzt los unten hast du die leistung warte ich dumm schau ein video ah hier so ah jetzt jetzt alles klar alles klar alles klar musst du deinen bildschirm freigeben also jetzt genau jawohl so okay alles klar irgendwie war mein menü hier weg ja ja jeder der mal zoomen hat der weiß ja dass hier gefühlte äh elf menüs hier rumtun gell ähm das sieht man jetzt bei euch natürlich da nicht aber irgendwie kriegen wir es schon hin so und zwar ganz ganz interessant hier so schaut mal ähm und zwar folgende konstellation ähm vielleicht ähm 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 Moment das sage ich gleich warte folie ich muss gucken dass die genau hier ist immer die erste folie ja genau die ganze was eingeschickt war war eine folie das war hier und sehr viel text den text habe ich jetzt mal zusammen gedampft äh da oben weil ich will vielleicht mal auf was ganz anderes hinaus wie das was der koros uns hier eingeschickt hat so wir tun uns mal ganz kurz gedanklich mal reindenken in das ich kann hier nichts rummalen weil das ist so ein Screenshot was er da wie auch immer gemacht hat äh sekunde ich tu mal hier eine andere Farbe nehmen wir mal rosa so also in dem Fall sind wir im Gold zu Hause auf fünf Minuten gut das ist nebensächlich gell könnte auch irgendeine Aktie sein wie auch immer gell wir sind also auf einer kleinen Trendgröße und gut was jetzt vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist dass er Ausbruch und Trendhandel in den beiden Dritts gemacht hat und er ist ein kleines bisschen an der Stelle so definiert er sich auch hat jetzt ein bisschen angefangen sich in das Thema reinzuarbeiten und so weiter ähm hat er viel ein bisschen zugehört und links und rechts paar Seminare und 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 da und da wie es halt so ist hat er ein bisschen beschrieben wichtig ist eins er möchte einfach hat ein bisschen Spaß gerade am Börsenhandel er möchte an Bewegung ich hab's jetzt selber so in die Worte zusammengedampft an Bewegung teilnehmen an Marktbewegung und er hat ein Tagesziel okay ich hab jetzt hier Dollar geschrieben ist ja scheißegal er hat ein Tagesziel das das wie gesagt das sind nicht seine Worte ich hab das hier zusammengedampft so wichtig ist eins er handelt gern den P2 okay ähm ähm sowohl im Ausbruch wie im Trendhandel und in beiden Fällen ist sein Stopp irgendwie an der 3 und seine Besonderheit ist ich hab das so zusammengedampft er tut mal so ein bisschen entscheidend wie er sich halt so live halt fühlt man macht da einen Ausbruch man macht da dieses man macht da jenes und irgendwie ist er in dem Thema Handelsausrichtung so irgendwie jetzt so ein bisschen so hat er die Tür gerade aufgemacht und jetzt hat er uns hier folgenden Dreh mitgeschickt schaut mal rein ähm ich muss mich ein bisschen reindenken aber danach war es ziemlich klar ähm weil in der Beschreibung ist es wir haben hier ich mach's erstmal grob dass wir uns verorten können hier unten ist ein Dreh ich mach's erstmal ganz grob hier oben ist der zweite Dreh ja so das alles ist an einem Tag passiert so der erste Trade hier unten nimm's jetzt mal grün da ähm war der ne das war der Ausbruchtrade hier unten steht's ja aha Ausbruchshandel das hier unten war der Ausbruch danach bababababa geht der Markt weiter in dem Fall Gold und dann zu einem späteren Zeitpunkt macht er hier den Trendhandel so den Ausbruch auf der Shortseite den Longhandel den Trendhandel auf der Longseite gut so und das alles war ziemlich im Detail beschrieben und er hat hier mit reingeschrieben wo er sagt schau mal ähm das ist auch beides waren's Plus-Trades alles gut und hier unten hat er das mit ähm 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 CFTs gemacht zwei CFTs und da hat er einen Dollar sowieso gewonnen und hier waren so und so viel Dollar im Gold so gehen wir mal ins Detail rein gedanklich ins Detail ich hab keine weitere Folie von daher können wir das jetzt nur ähm ähm äh uns mit dieser Folie erstmal aufhalten so gehen wir mal hier unten in den Detail rein hier unten da ging es also um den Ausbruchshandel im weitesten Sinne der ich tu es mal erstmal in ein Schema reinbringen an der 2 stattfinden soll und der Stop kommt oben jetzt auf die kleine 3 das Ganze in einer kleinen Trendgröße hier unten reingemalt so in dem Fall jetzt der Markt runter und Pi mal Daumen nach einem Dollar ist er irgendwie halt wieder raus oder ein Euro also Dollar klar ich schreibe jetzt Euro ähm Dollar irgendwas raus gut Frage von euch erstmal wer macht denn von euch gerne Ausbruchshandel oder gibt es überhaupt welche die gerne Ausbrüche machen jetzt bin ich echt gespannt ja nein ja mach ich nicht nein nicht nein nicht immer nicht immer nee selten da bin ich dabei selten ja so das ist interessant weil obwohl es den Ausbruchshandel ja gibt ist es prozentual ohne das abschätzen zu können jetzt genau auf einem Komma aber Fakt ist eins im Privaten wird das wenig bis fast gar nicht gemacht es gibt ganz wenige Ausbruchshändler ähm außer einem gewissen Grund hier schreibt schon einer Risiko im Geld und so weiter ich sag gleich was dazu äh beziehungsweise auf Verarschung und was der eine jetzt hier reinschreibt in den Chat ich lese es nur vor für die jetzt im YouTube sehen wir den Chat nicht gell Joch? äh in YouTube nee also ich hab keinen keinen Blick auf auf den den YouTube Chat warte mal ich kann's mal versuchen warte mal ich versuch's mal mach du mal weiter aber sei's mal drum guck mal ja okay so das heißt hier geht es ja mal egal wie das in der taktischen Geschichte im Detail läuft ist ja das eine Einstellungsgeschichte ein Ausbruchshandel egal wie der im Detail fachlich läuft gibt's viele viele Überlegungen und viele fachliche Geschichten kann man ganz viel richtig und kann ganz ganz viel falsch machen obwohl es so simpel aussieht schnell rein schnell raus ist es aber eine Einstellungskiste und die Einstellungskiste ist und das fand ich so spannend bei dieser Geschichte der hier reinkam und ich hab noch zum Jochen gesagt oh wir hatten kein Dreh und dann kam der hier kurzerhand noch mit hinein ist im Vergleich ja dazu dass kurzerhand später der Trendhandel gemacht wird der egal wie ich ihn fachlich betreibe ja auch eine Einstellungsgeschichte ist Michael ganz kurze Frage bist du sicher dass hier ein YouTube Live Dingens läuft weil ich seh nix nein haben wir nicht YouTube Live nein ich wollte nur wissen ob sie der YouTube Aufzeichnung von dem Baby ne wir können den aber speichern wir können den speichern aber sehen tut das keiner nur die Moderatorin hab ich dich missverstanden sorry ok jetzt wollen wir mal gucken und ich möchte mal ganz kurz folgendes nur mal mit euch diskutieren wie gesagt wir können jetzt hier fachlich weit ins Detail gehen sag ich am Ende noch mal was dazu und so weiter aber lasst uns nur mal weil diese zwei Drehs von den Teilnehmern jetzt hier von dem Teilnehmer er so hin und her switcht mal so mal so und einfach sagt ich hangel mich so durch den Tag hindurch und entscheide das halt mal live dies oder jenes zu machen alles gut gedanklich ich hab mal eine Folie hier mitgebracht schaut mal nur mal als Beispiel weil einer hat's nämlich hier schon reingeschrieben es ist eine Einstellungsgeschichte ob ich gern Risiko im Markt oder Risiko im Geld handel es ist nur so zu dieser Einstellung selber komme ich erst später im Laufe des Handels der Witz ist dass ein Trading Anfänger eine dritte Einstellung hat das ist nämlich wo er sagt ich mach auch hin und wieder mal beides zusammen ich handel mit großer Stückzahl viel aus dem Markt der Trading Anfänger habe ich mich mit eingeschlossen wo er sagt na ich trenne das gar nicht so richtig weil ich weiß eigentlich noch gar nicht dass ich das trennen kann oder dass es da so einen Blick da drauf gibt sondern ich mach da so eine Mischung drauf das hier was wir hier haben das Thema was der Händler uns unfreiwilligerweise ja mitbringt ist ja ein Hoch ein Hochinteressantes weil es ja vom Prinzip die Grundeinstellung dessen am Tag festlegt bevor ich den Rechner hochgemacht habe nämlich wenn früh mein Wecker klingelt und ich sage oh heute ist ein Handelstag und ich bin ja Trader ich bin ja Börsenhändler was auch immer und jetzt ist es nämlich die wesentliche Frage jeder von uns hat irgendein Ziel warum er das macht das können wir ganz weit aufklastern und fachlich beurteilen lasst uns das überspringen spielt keine Rolle machen wir eins weiter jetzt ist es aber so es ist wie beim Sport jetzt ich kann langsam weit laufen oder ich kann schnell verdammt schnell wenig laufen ja genau das ist eine Geschmackssache das ist eine Ansichtssache und Ausbruchshandel und Trendhandel in dem Fall kurz hintereinander beides durchgeführt alles okay aber wir sind ja im Grunde ja in dieser ja in dieser Grundeinstellung möchte ich viel Marktbewegung haben weil ich Spaß dran habe an dem Börsenhandel weil ich sage hey ich mag das wenn der Markt so läuft und ja ich versuche jetzt hier eben viel aus dem Markt rauszuholen hunderte Punkte und ich tue diese hunderte Punkte Risiko im Markt aber mit wenig Risiko im Geld drauflegen ja ich möchte viel aus dem Markt haben ob das jetzt der Trend oder der Bewegungshandel sei es mal drum einfach nur die Grundeinstellung oder aber ich laufe los und sage ich greife tief ins Konto richtig tief und bin danach nach kurzen Minuten gleich ach Quatsch Entschuldige kurzen Sekunden kurzen Tickstellung wie auch immer weg Frage an die ein oder erst mal in die Runde bevor ich Jochen Jochen Frage erst mal in die Runde wer kennt denn diese dritte Einstellung dass man eigentlich sagt eigentlich weiß ich gar nicht so richtig was ich will will ich schnell weg und hab mein Zeug oder will ich viel am Markt oder will ich viel Risiko oder was was will ich eigentlich dass diese Frage so banal wie sie klingt so banal wie sie klingt für einen drehlichen Anfänger für einen fortgeschrittenen etwas ist wo er sagt ganz ganz vermiedes Gebiet diese Einfachheit der Frage sich festzulegen oder überhaupt das mal festzustellen dass man eigentlich mal so mal so mal so macht das heißt also wie schwer es überhaupt ist sich festzulegen an dieser Stelle Frage in die Runde erst mal in den Chat kommt wir sind ja hier immer und ganz kurz ganz kurz ganz kurz wir sind ja nicht im Open Range Breakout Bock mit okay weil jemand schreibt ich trade einen Ausbruch erst wenn er die 2% Marke doch gebrochen hat also sorry mit allem Respekt wir reden vom markttechnischen Ausbruch ja ganz wichtig und jemand anderes sagt ja da wird man immer verarscht an der Stelle ne wirst du nicht wirst du nicht ja aber egal jetzt bin ich echt gespannt auf die Antworten ja also ich kann eins dazu sagen Michael in meinen Anfängen war es ganz klar so schnell wie geht viel verdienen und weg ich fand das als oberste Königsdisziplin ich empfand es als göttlich wenn das wenn man das schafft ja viel Geld in ganz kurzer Zeit und dann Feierabend machen und das Schlimme war ich hab dann bemerkt wenn es nicht gelang beim ersten Mal beim zweiten Mal und beim dritten Mal dass ein ganzer Tag drauf ging und am Schluss das Konto kaputt war und ich von wegen und so ran und weg konnte ja also das sind auch dann so Erfahrungswerte wo du sagst ich glaube ich muss irgendwann mal anders vorgehen okay weiß denn weil im Chat gerade nicht so viel da gerade ist weiß jeder überhaupt also ich gehe mal davon aus dass jeder weiß worum es hier gerade überhaupt geht es geht hier nicht ins taktische Detail das ist wie gesagt das ist eine Grundeinstellung das ist wie wenn du jetzt hier im Wald draußen hier irgendwo mit dem Fuß hier eine Linie im Dreck ziehst und dann stellst du jetzt zwei Leute hin und sagst so wir machen jetzt den Sport und der eine sagt okay dann laufe ich mal langsam weit ich bin in drei Stunden wieder da das ist eine tolle Trainingseinheit er läuft weit aber langsam sein Puls alles gut der nächste sagt du weißt du was ich mache jetzt hier 500 Meter und ich gebe so ein Vollgas dass ich hier oben also weit im anderen also gut einfach man gibt Vollgas und am hinten kriegt er hinten nur noch Schnappatmung und das ist auch okay es ist zwei unterschiedliche Arte und Weisen des Trainings Fakt ist eins man sollte sie tunlich nicht verwechseln es macht keinen Sinn 100 Meter zu laufen im Ganzen irgendwas und zu sagen ich habe Sport gemacht völliger Quatsch fleißsam wird es kein Mensch aushalten Vollgas da irgendwie drei Stunden durchzurennen geht halt auch nicht was will ich eigentlich im Börsenhandel wie stelle ich es mir vor was ist meine Wunschvorstellung weil Fakt ist eins das hat ja nichts mit Fachlichkeit zu tun es geht um die Grundeinstellung dahinter und Fakt ist natürlich eins nur mal abgesehen davon Jochen hat es ja schon gesagt wenn man sich dazu entschließt schnell weg zu gehen rein raus Ende aus Mickey Mouse und weg dann ist das natürlich ja so gesehen noch ein doppelt schwerer Akt mal abgesehen von der Fachlichkeit weil ja der Markt dennoch weiterläuft das heißt ich bin ja dann dennoch die anderen 23 Stunden 59 Minuten ja dennoch Trader der aber den Marktverlauf wie auch immer wahrnimmt sich wie auch immer reinzieht nur im Grunde nicht mehr dabei ist Jochen wie hast du das damals gemacht der Trade ist das eine eins zwei mal aber dass der Markt ja danach weiterläuft ohne dass du daran partizipierst wie gehst du damit um ja ich gehe ich ging folgendermaßen damit um also angenommen mir war gelungen um 9 Uhr 1 Feierabend zu machen was das öfterste Fall war weil ich gesagt habe ich habe mein Ziel erreicht dann hat dann hat um 10.30 Uhr ein Kumpel angerufen und hat gesagt siehst du der Dachs wie heute gestiegen ist was hat der Schmidt gemacht in diesem Moment noch während des Telefonats an den Rechner zurück oh scheiße und dann habe ich alles zertrümmert in diesem also du merkst ich habe mich gesund in dem Erfolg eine Minute Geld verdient am Anfang war es noch so dass ich gesagt habe naja so wird das jetzt in Zukunft immer sein dann kam die Phase wo ich gesagt habe du sag mal glücklich mach bloß keinen Trade mehr also siehst du der Gewinn wieder weg das heißt du warst eigentlich noch froh raus zu sein hattest Angst wieder rein zu gehen weil du mal einen Gewinn hattest und dann die ständige Verführung und ständig von Kumpels und Freunden das kam hinzu und bei mir war es so ich habe irgendwann nach dem dritten Konto geschrottet also nach dem dritten Konto geschrottet habe kam so langsam die Erkenntnis ich habe gesagt du versuchst doch mal anders und da war dein Buch es ist keine Werbeveranstaltung für dein Buch sondern da war der Ersatz Risiko im Markt Risiko im Geld Gold wert da habe ich zum ersten Mal begriffen und gesagt oh ja stimmt du kannst es ja auch anders angehen so war es bei mir und der Witz ist dass man lange lange Zeit sich in der Mitte aufhält weil man sich so richtig doch nicht festlegen will oder aber obwohl man sich festgelegt hat um 8 Uhr wenn der Markt live wackelt auf einmal scheinbar er die Festlegung übernimmt und jetzt sagt man naja also Risiko im Markt wäre cool da muss ich ja nicht so wenig da müsste ich ja mit weniger Stückzahl handeln aber komischerweise nimmt man dann hier doch ein bisschen mehr Stückzahl so das heißt im wenigsten im Ausbruchshandel sondern sie machen eher etwas ich bin ein bisschen länger im Markt aber dooferweise dort zu viel Stückzahl ja genau irgendwie doch ein bisschen zu viel also die ganz große Stückzahl im Ausbruchshandel das besser nicht ist nicht jedermanns Sache das ist richtig allen voran jetzt natürlich ist auch immer eine Marktfrage welche Produkte ich handel weil Ausbruchshandel wäre jetzt sicherlich jetzt in einem Markt nur dann machbar ich male es mal hier hin angenommen mir geht es also um 1, 2, 3 Punkte wie auch immer das heißt das jetzt hier ist mein Gewinnziel und wenn jetzt aber der Markt mir eine Geldbriefspanne gibt je Produkt was ich handel beispielsweise CFT und jetzt bist du da bei irgendeiner Bude die dir irgendwelche Puffpreise stellt dann kann es sein dass in der Geldbriefspannung es ja größer ist wie dein Ziel dann geht es ja von Haus aus nicht jeden Tag jeden Tag da draußen jeden Tag da draußen im Bitcoin tausendfach ohne dass die Leute überhaupt checken auf dem Ein-Minuten-Chart im Bitcoin dass sie innerhalb des Spreads den Trade eröffnen und so und dann schreiben sie oh ich werde verarscht ne Freunde ihr müsst einfach mal genau hingucken was ihr handelt und wie die Konditionen vermarkt sind ja ja genau also da muss man gucken also aber beim Ausbruchshandel ist das ein wesentlicher Punkt aber das ist immer in der Fachlichkeit bis dahin will ich ja gar nicht gehen weil ähm ähm äh machen wir eine riesen Tür auf sondern generell okay bin ich eher auf der Langstrecke unterwegs oder eher auf der Kurzstrecke wenn ich auf der Kurzstrecke bin dann ist die große Herausforderung was mache ich mit der verbleibenden Zeit lockt mich der Markt dennoch rein ja nein vielleicht auf der anderen Seite wenn ich auf der Langstrecke unterwegs bin wo du sagst boah es dauert mir aber irgendwie doch zu lang oh der Markt ist so und so viel gelaufen und ich habe aber nur und jetzt kommt nämlich ganz schnell ein großer Fehler hier mit rein was ganz ähm interessant ist es gibt viele Pendler vielleicht kann der eine oder andere das nachvollziehen die mit dieser Lang- und Kurzstrecke sich zwar gedanklich auseinandergesetzt haben und dennoch zu einem interessanten Ergebnis kommen so zwar nicht in der Folge weil sie da drüber nachgedacht haben sondern einfach so im Ergebnis des Handelstages die dann sagen ey ich weiß nicht ich war heute zwar ein Plus aber ey keine Ahnung ich habe heute ich schreibe jetzt irgendeine Zahl in nur 300 Euro rausgeholt echt mein Gott irgendwie ist es doof das reicht halt hinten und vorne nicht und wenn man nachher reinguckt wenn man reinguckt das heißt von dieser Zahl auf das was punktetechnisch der Händler rausgeholt hat wo du sagst hä würdest du in Frankfurt oder wo auch immer die würden dir eine riesen Torte mit tausend Kerzen geben weil die sagen ey guck mal was du gemacht hast du hast ja ich schreibe jetzt irgendeine Zahl hin 200 Punkte rausgeholt wow und du warst hier drinnen mit sieben Korrekturen oder drei oder was man sagt wow und er wiederum sagt ah nee jetzt nimmt er das Konto als höchstes Gericht und sagt ah nee das ist mir aber zu wenig so das heißt er sagt hier drüben in dieser Tabelle Stückzahlen waren mehr wie üblich aber er hat zu wenig Stückzahlen genommen und ärgert sich über den Dritt weil nicht genügend rauskam das heißt man switcht oftmals hin und her zwischen was ist mir jetzt wertig der Marktverlauf viele Punkte okay dann kann er hin und wieder bei geringer Stückzahl aber auch monetär als absolute Zahl Euro, Dollar was auch immer hier endlich viel rauskommt der Nutzwert vielleicht nicht so entsprechend obwohl die Punkte viel sind auf der anderen Seite würde ich gerne die Punkte etwas hochnehmen wo du sagst damit es ein bisschen passt auf einmal rutsche ich so schnell in so eine noch nicht Ausbruchshandel aber auf so eine Mischung dazwischen so das ist diese berühmte Mischung dazwischen wo mich aber zeitgleich wer von hinten und so weiter der Rumrutschfaktor kann der ein oder andere nachvollziehen was ich jetzt gemeint habe in welcher Schleife man stellenweise drin ist ja 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 monetär reicht es nicht wird da einer auf den Chart gucken wird der sagen du bist der Held und ich glaube viele viele private ich meine also das meine ich jetzt wirklich viele sind wirklich gut sie sagen nur wenn ich aufs Konto gucke bin ich nicht gut ich sage nee guck mir doch jetzt nur mal schau doch mal ey Junge du hast da gerade 60 Punkte rausgeholt das ist viel was ist viel ich so die Punkte sind viel er sagt ja aber deswegen bin ich ja nicht angetreten das ist ja kein Computerspiel wo ich Punkte sammle ich will ja Euro haben und diese und jetzt muss man unterteilen und das ist die Schwierigkeit es gibt tausend Schwierigkeiten aber zwischen dem Markt und dem Konto da muss ich ja vernünftig kombinieren dazwischen drin wie ich das mache und wenn es blöd ist wenn der Markt toll ist also im Sinne was ich rausgeholt habe punktetechnisch ich aber das Gefühl habe ich bin dennoch als Händler unterirdisch weil die Kompilierung hier oben nicht richtig funktioniert oder falsch angedacht ist Jochen du weißt auch was ich meine ja voll und ganz voll und ganz ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen ich mache kurz meine Pause wie immer aber hier hat noch jemand etwas Interessantes geschrieben und zwar schreibt der Dietmar anfangs habe ich öfters laufen lassen mittlerweile eher nicht und ich sage zum Dietmar viel Spaß du wirst den Kreis auch laufen und genau wieder dort ankommt wo du angefangen hast so ging es mir auch mit steigender Fachlichkeit wird das laufen lassen besser ich weiß es ist jetzt nicht ganz passend zu dem Thema was du hier noch am Schluss gesagt hast mir war es ein Bedürfnis das zu sagen und das hast du gerade eben gezeigt hast ja klar doch das ist ja einer der Gründe warum die Leute sich verzweifelt mit größter Tapferkeit dagegen wehren endlich mal eine scheiß angepasste Positionsgröße zu fahren also als ich noch Coachings gemacht habe war das immer das allererste ah was haben wir denn da für Schläge ins Konto und selbst gesetzt ja wie kommen denn die zustande ja warum wohl weil jeder ich sag jetzt mal 99,9% im Money Management drüber liegt sie sind weit über ihre Grenzen weil sie unzufrieden sind mit der Ergebnislage aber der Weg dorthin den gestehen sie sich nicht ein und bei mir war es das gleiche ich hab auch mit 1% gehandelt Risiko wie bescheuert weil irgendein Jockel im Internet den Scheißdreck nachgeplappert hat in der seit 20 Jahren siehst ich pro trade 1% meines Investments dieses Geschwätz von den Nulken die keine Ahnung haben ja und das übernimmst du manche schreiben ja auch hier manchmal ich nehme 3% pro trade sag ich geil das sind also bei 5 failtrades sind 15% deines Scheiß Kontos weg und dann Jochen ich brauche ein Coaching alter so und das ist genau der Grund den der Micha gerade gezeigt hat dieses in Demut auf deine Knie in den Staub und die Positionsgröße zu nehmen bei der du völlig ruhig bleibst wo es aber langer dauert bis du deine Kohle kriegst so mit dieser großen Rede mache ich jetzt eine kleine Pause wie immer um die Uhrzeit bis gleich Micha zwei Minuten es ist wirklich schwer und hier sind viele die länger dabei sind und dieser dieser Kern diese Aussage dass man und das ist ja ein wesentlicher Punkt des Handelsdils seine Nähe zum Markt zu finden das klingt so lapidar und dennoch braucht man Jahre dazu weil man neben vielen vielen Themen auch ein Thema vermitteln muss vermitteln heißt dass ich mich nicht in den Extremen aufhalte sondern gucke wie ist das bei mir in der Waage und je nach Handelsstil was immer ich hier drin jetzt habe also Ein- und Ausstieg und Trenngröße die ich präferiere wo ich sage ja ich kann ja auch meinen Handelsstil Punkte technisch nicht überfordern nur weil die Stippzahl zu klein ist sinngemäß ich handel mit 0,5 CFT und sage ja da muss der mal 800 Punkte machen eintritt blöderweise macht das nicht das ist aber doof irgendwie muss ich mit meiner Analyse was anders machen das haut ja alles nicht hin das heißt das oberste Gericht ist ja der Markt einfach dass ich ihn nicht oberstrapaziere überstrapaziere aber auch nicht unterstrapaziere dass ich eben sage naja ich mache halt so einen halben Ausbruchshandel mit 0,5 CFTs obwohl du in dieser Trendgröße weit mehr hättest rausrücken und was ist die durchschnittliche Bewegungsgeschichte innerhalb meiner Trendgröße und Handelsstil Trendbewegung Ausbruch und wie setze ich jetzt in mein monetäres wie klicke ich mich jetzt monetär da rein so dass ich beides bin aus dem Markt her gesehen ein guter Händler Punkte und auf mein Konto her gesehen auch ein guter Händler das ist nicht so einfach miteinander zu vermitteln und natürlich dahingehend besonders schwer wenn das wiederum diese Fragestellung du in dem laufenden Markt dir permanent stellst wird es natürlich immer noch einen dritten geben der ins Ohr reindröselt naja dass du das heute mal so und morgen so und über morgen so bei dem dreht ja doch wieder und so weiter anders entscheidest Frage in die Runde diese Vermittlung von ich bin ein guter Händler im Markt Punkte Euro Dollar und ich bin ein guter Händler auf dem Konto dass das erst mal zwei völlig getrennte Geschichten sind ich weiß nicht im Chat dass man das erst mal gedanklich trennt und sagt es kann sein ich auf dem Kontoscheiße gebaut habe aber aus dem Marktpunkt technisch war das schon gut kann nur sein es war mir hier zu viel kann der eine oder andere das und diese Vermittlung dazwischendrin wie schwer das ist dieses auszutarieren ganz 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 schwierig wenn einer meint naja das kann er mal eben so im Schneegreif machen nicht gut und da hilft ja auch ganz so mal eben nicht so eine Excel Tabelle weil Excel Tabelle tut jetzt sicherlich Excel die ist wichtig an ganz Stellen bin großer Fan von Excel machen nur ich darf eins halt nicht vermessen daher vergessen dass eine Excel Tabelle mir gerne eine Zahl und die wegen mir in der vierten Kommastelle bringt alles gut aber sie bringt mir keine Einstellung rüber eine Grundeinstellung die je nachdem wie der Markt wackelt eben festgesetzt ist und eben nicht wie der Markt wackelt auch meine Grundeinstellung wackelt deswegen ja Grundeinstellung okay und diese Grundeinstellung hier was das betrifft das ist nicht so einfach es ist wirklich nicht und nicht alles andere als wie mit so einem Schema sagt naja dass du mal schnell drüber nachdenken und morgen machst du es halt so nein nein also wenn das hier Monate und wenn nicht Jahre dauert man schüpft man hüpft halt hin und her und hüpft halt hin und her und man muss immer mehr die Bandbreiten verlassen wo du sagst jetzt bin ich genau mit dieser Stückzahl die ich jetzt handel gut mit der Stückzahl gehandelt reicht meine Marktbewegung die üblicherweise in dem Markt üblich ist nicht extreme wenn ein extrem kommt ist es schön aber ich wette nicht auf ein extrem ich bin nicht den guck mal heute 70 heute 80 super 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 aber was sollen die 80 halt darstellen und dieses vermitteln eine schöne Sache okay zurück zu unserem Tret hier so und jetzt stellen wir nämlich hier eins fest das fand ich interessant und das ich will jetzt gar nicht in die Fachlichkeit hier reingehen und möge der Chorisch mir jetzt hier auch Nachsicht machen wenn wir nämlich hier sehen schaut mal was hier passiert ist bei dem das fand ich spannend er hat also beim Ausbruchshandel dieselbe Stückzahl genommen wie beim Trendhandel hier hat er sich entschieden Ausbruch zu machen okay hat funktioniert jetzt geht der Trend hier rauf und jetzt hier an der 2 und mit stopp hier unten hier steht es ja auch stopp 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 1 2 warte ich muss mich reinden 3 genau naja ok und hier oben hat er geschrieben dann ist er einfach weil die 20 dollar reich sind in dem gewinn halt einfach raus würdet ihr sowas so machen generell Achtung betone es war er hat es auch selbst geschrieben ein Anfänger aber welchen Rat würdet ihr dem Anfänger geben mal eben Ausbruch mal eben Trendhandeln mal dieses mal jenes und hier vor allen die Stückzahl gleich zu lassen das würde ja im hoch oder unten zu niedrig das kann ich jetzt natürlich nicht wissen weil ich weiß ja jetzt nicht ist das hier gerade risiko im geld dann wäre das hier oben viel zu viel kann aber auch sein dass er da sagt ich habe nicht tief ins konto gegriffen sondern das normaler verlauf dann wieder würde das der Grundidee des Ausbruchshandels im Grunde halt wieder widersprechen weil dann ist es einfach so du bist rein hast einen dollar raus genommen und bist wieder weg das ist okay das ist am Anfang auch ein üblicher ich will jetzt nicht sagen handelstil weil es keiner ist aber ein übliches Verfahren man geht rein man geht raus macht ein dollar macht mal dieses okay dafür ist es der Anfänger aber per se ist es hier die Schwierigkeit hier unten mit der Stückzahl rein die die gleiche ist wie hier oben wo jetzt der Fehler bei beiden liegt kann ich nicht sagen weil ich die Ausgangslage nicht kenne das war im Text für mich jetzt auch nicht ersichtlich Jochen hier war es nur jetzt ich normal üblich für den Trendhandel eben nicht so tief ins Konto war also rum wie nun das kann man so jetzt sehen das habe ich aber auch lang gemacht das verschiedene Dinge probiert weil man das Gefühl hatte man bewegt sich wie ein Fisch im Wasser oft genug waren es aber auch zufällige Geschichten wo ich gesagt habe jetzt habe ich gerade einen Trend gehandelt weil du einfach mehr oder weniger vielleicht Läufe hattest wo du zugewartet hast aber ich denke mal das ist normal das hast ja auch gerade erklärt genau also das gehört auch dazu man muss ja wissen was man macht und was man irgendwann weglässt oder wo man Schwerpunkt drauf legt was ich halt richtig toll finde ist in dem Moment wenn ein Trader checkt das Risiko oder Money Management Trade Management wenn diese Geschichten anfangen langsam klar zu werden dadurch gab es bei mir das Gefühl ich bin in Kontrolle ich bin ein Kontrollfreak ich muss es zugeben deswegen bin ich nah am Markt aber das war für mich ganz klar die Schiene auf der ich laufen kann ohne zu schnell emotionell rauszufliegen davor musst du allerdings probieren du musst dieses rumpanschen machen damit du dann einen Schwerpunkt bilden kannst ja absolut sehr schön hier kam eine interessante Frage im Chat gerade rein der letzte der Mike Michael Jochen sollte man nicht immer dieselbe Risikoeinheit bei Trade haben also pro Trade haben nur die Stoppabstände und die Stückzahl ändern sich also ich versuche wirklich konstant einen Geldbetrag pro Verlust Trade also sprich für mein Risiko sag ich mal nicht zu überschreiten ich kann dann variieren ich kann dann variieren wir machen unten zu und oben auf unten zu oben auf das hat sich für mich sorry ja nein nein Jochen du ich sorry ich habe immer so eine Überlagerung genau es ist immer doof nein nein alles gut alles gut Michael bin fertig ja deswegen wie gesagt ist das ja eine Geschichte natürlich sollte man im Idealfall also die Stückzahl nicht permanent variieren beziehungsweise wenn man sie variiert soll mir klar sein dass die Mathematik dann im Nachgang wir hatten es mal in irgendeinem Webinar mir ein Streich spielt ich glaube viele Training Anfänger wissen gar nicht an welcher Stelle die Mathematik in ein Streich spielt wenn sie mal drei mal vier mal sieben mal eins mal zwei Kontrakte hintereinander nehmen und die Anzahl der Kontrakte sich aus dem Ergebnis des vorherigen Drähts irgendwie halt irgendwie ja einfach da so so ergibt ja aber darum geht es gerade hier an der Stelle nicht weil wie gesagt es ist eine Einstellung Sache handele ich gern Risiko im Markt oder handele ich gern Risiko im Geld so und wenn du gerne Risiko im Markt Risiko im Geld handelst das heißt also von deinem Konto stand jetzt hier reingemalt wirklich bereit bist eine größere Stückzahl zu nehmen ja das heißt ja nicht zwangsläufig man muss sein Konto ausreizen sondern es geht einfach nur dass es eine größere Stückzahl ist die mitunter ausreicht dass wenn der Markt jetzt an irgendeiner Stelle hier drüber geht du eben nach wenig Punkten bereits ein monetäres für dich relevante absolute Zahl siehst die aussagekräftig genug ist zu sagen dieser Dreh reicht nur ist die Schwierigkeit halt darin Risiko im Markt zum Risiko im Geld also Risiko 1 zu Risiko 2 dass du ja eben deswegen hier oben gedanklich dich limitierst wie man das taktisch macht gibt es verschiedene Möglichkeiten dass du dem Markt so wenig wie möglich Chance gibt dass er vor deinem Limit abdreht ein Beispiel jetzt schreibe ich hier 10.000 hin das ist der DAX Shooter und der wird in der halben gehandelt du sagst ich gehe nach 30 Punkten raus naja dann hat ja der Markt so gesehen 59,5 Möglichkeiten also eine Kursstellung dazwischen abzudrehen 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 und dann doch irgendwas zu machen was mit unter in deinen Stopp geht oder aber dich zumindest in die Korrektur rein und du boah Risiko immer da hängst echt in den Seilen wenn der Markt eine fette Korrektur macht mit der Stückzahl allemal und danach wegen mir nach oben geht sei es mal drum aber ich möchte also beim Risiko im Geld auch sagen Moment ich gehe auch ganz kurz gleich wieder oben drüber raus wie gesagt das ist taktisch gibt da ist eine andere Baustelle jetzt wie man das macht und Überlegungen auch macht was ist wenn der Markt dennoch durchrauscht ist irgendwie auch doof wenn ich dann eben nach einem Punkt wie mich das andere Baustelle einfach nehmen die wenn sie ausgestoppt wird natürlich und jetzt auf die Ausgangslage auf die Frage hin natürlich ein erheblich größeres Minus ergibt wie wenn du im Trendhandel jetzt hier an irgendeiner Stelle ausgestoppt bist deswegen brauchst du eine hohe Trefferquote im Ausbruchshandel was wiederum achso übrigens hohe Trefferquote hier unten ich habe mir da mal eine Mühe gemacht weil die war nicht hier mit drinnen ich habe mir mal eine Mühe gemacht und habe diese ganzen Trades hier mir nur mal den Ausschnitt rausgeguckt im Gold wo das generell war von dem ich habe den Screenshot hier irgendwo rein hier ich hatte es jetzt nur auf die Schnelle gemacht der Ausbruchshandel der war hier unten drinnen hier es ist aber jetzt ein nicht zeitbasierter Chart und der Trend das war hier diese Nummer hier irgendwo nee sorry bis hier hoch hier irgendwo drinnen hier so diese ganze Nummer hier irgendwo Schema ich müsste jetzt auf die Uhrzeit raussuchen das ist aber jetzt ein nicht zeitbasierter Chart das heißt also der Ausbruchshandel selber der wäre dahingehend aber das wäre jetzt eine fachliche Nummer aber das spielt jetzt keine Rolle natürlich im Grunde sowieso von der Verortung vielleicht jetzt nicht ganz so toll weil dann hätte es ein größer und wertiger Punkt 2 sein müssen und jetzt nicht irgendeiner dann ist die Frage welcher natürlich ein wesentlicher Punkt die Kriterien wie ich auf diesen komme und das andere ist dass der Trend selber den man gehandelt hat schon im Grunde weit über der also zumindest weit über der 2 schon lag war eine andere Geschichte die Verortung jetzt dass diese beiden Dreht selber hier ein bisschen die Schwierigkeit hatten dass sie von der Verortung selber hier ein kleines aber da wäre der Anfänger alles gut das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren schöne Sache Gold mal sehen was es am Montag macht das ist so ein Wochenende wo es wieder Gaps reißen kann am Montag wegen der Iran-Geschichte ist das jetzt fake alles oder ist es wirklich so nein also die haben da unten schon ein bisschen rumgeballert das ist okay also okay im Sinne von also ich bin jetzt keine Bewertung okay im Sinne von das ist also das real so war ich das jetzt muss man nur gucken wie es da unten weiter geht ob es jetzt einfach jetzt wo es durch ist oder ob es jetzt erst richtig los geht wenn es durch ist im Grunde das war es jetzt dann können es mitunter weiter gehen und das Thema ist gänzlich durch weil Hurra stellenweise könnte der Markt sogar nach oben gehen wenn jetzt irgendwo klar wäre so das war es jetzt wir haben jetzt einfach die Gegend wir haben uns gerecht und gut oder ob es jetzt richtig halt los ist aber gut da sind wir in irgendwelchen politischen Stickstack da jetzt drin wir müssen gucken was am Montag einfach der Markt macht ich dachte halt bei so Kriegsgeschichten reißt es halt gern Lücken die Richtung wie schon gesagt würde ich gar nicht besprechen aber das ist halt zerreißen also Öl ganz bestimmt gän da könnte ich mir vorstellen dass da wir schnell neue hochsehen weil da unten ist ja das nun mal ein großes Thema Gold sowieso gucken wir einfach wie es ist gän genau wir gucken was ist wir gucken was ist also hier hier haben wir übrigens Gold weil wir es hier hatten ich weiß nicht wer es am Freitag gesehen hatte da haben wir ja mal schnell gesehen was es heißt wenn der Markt mal eben so in der kurzen Zeit 100 Dollar nach unten korrigiert schnell und zügig und da war halt echt Bums drauf und anderes Thema aber das ist ja nicht das Thema jetzt von dieser Webinarserie von daher passen wir auch auf dass wir uns da schön dran halten dann passt es wir haben aber eine neue Frage oder nicht eine neue sondern eine andere Frage noch mitbekommen Tagebuch nochmal wir sollen doch mal bitte nochmal ein, zwei Tipps geben es ist eigentlich ein schönes Thema immer wieder weil es ist dahingehend immer ein Thema wo man nicht sagt Handel nimm ein Tagebuch sondern was kommt da so rein so in ein Tagebuch wie hilft mir am Ende ein Tagebuch dabei dass ich am Ende ein bisschen besser werde wie vielleicht ohne Tagebuch und Jochen Tagebuch wie sieht es bei dir aus? Ja elementar immer noch also kein technisches mehr mental also technisch null fast gar nicht mehr außer ich habe Marktphasen die so zerreißen okay dann mache ich nochmal einen Screenshot und sage schau dir das mal an aber der Rest ist mentale Arbeit aber darf ich die Antwort geben auf deine Frage? Darf ich die Antwort geben? du darfst da Jochen natürlich hallo feuerfrei ich wollte dir nicht die Pointe stehen nein ich habe da auch keine Pointe an der Stelle ich fand das Thema nur generell halt interessant das ist ja ein großes Thema was man aufmacht ja 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 bei mir war es so diesen Satz sage ich jetzt die ganze Zeit aber ich habe mir den Kummer von der von der Seele geschrieben ja also Freundin war weg Geschäft lief scheiße Geld war keins mehr da also was machst du? ja ich schreibe es noch von der Seele der Witz ist aber durch dieses von der Seele schreiben also ein Tagebuch dann doch mit Charts und so habe ich eine Entwicklung bei mir selber festgestellt als ich in die Dinger reingeguckt habe die ich während des Tradings nicht feststellen konnte das heißt ich habe durch dieses Aufschreiben durch da immer wieder gleiche Geschichten habe ich entdeckt wenn ich das Tagebuch dann nach zwei Monaten mal rausnehme und mal angeguckt habe was ich da eingetragen hatte vor zwei Monaten habe ich gesagt ich erkenne immer wieder die gleiche Verhaltensweise ich erkenne immer wieder auch gewisse Chart-Konstellationen jetzt mal abseits markttechnisch sondern die sich halt einprägen bei dir im Kopf das hat mir wahnsinnig viel gebracht und ein großer Erfolg war bei einem klassischen Katastrophentag wo ich mal wieder vor lauter Zorn und Rache und was weiß ich nicht alles die Welt hauen wollte und dabei nur mich selber haute habe ich mittendrin gecheckt auf welchem Weg ich gerade war also ich bin ein emotionaler ich bin ein temperamentvoller wenn bei mir mal die Zügel am am reißen sind dann explodiere ich und was ich wirklich begriffen habe durch dieses Tagebuch dass ich mich selber verprügelte ich habe mich selber verprügelt im Markt also es ist ja unglaublich das ganze dumme Geschwätz aus Kung-Fu-Filmen und oh nutze die Kraft deines Gegners und der ganze Schatz das war wirklich so und während eines Wutanfalls also ich habe es nur gemerkt wie es hochkochte hat irgendwo etwas eingerastet wo ich gesagt habe Moment mal du bist gerade genau im klassischen Ablaufalter du weißt wie das enden wird mach den Rechner aus hau ab und ich habe es getan und das verdanke ich meinem Tagebuch ich weiß jeder sagt nee das hättest auch früher oder später so bemerkt ohne dass du es aufgeschrieben hast aber ganz ehrlich nein ich habe den Eindruck gehabt ich kam schneller dahin das ist meine Geschichte der eine oder andere wird sich bestimmt wieder erkennen okay also die Entwicklung das Erkennen des eigenen Fortschritts sag ich mal das ist auch ein Punkt wegen dem Tagebuch Micha zurück zu dir wenn wir auf einer Achse uns das angucken dann ist ja heute ein Tag und nächste Woche und ein Jahr und nächstes und noch ein Monat und so weiter und hier ist jetzt 2025 nächstes Jahr und alles das was wir machen und jeder von uns wie wir hier sind jeder von uns wie wir hier sind der wird die Woche ganz viele Drehs machen wird nächsten Monat ganz viele Drehs machen wird im Sommer ganz viele Drehs machen und wenn das Konto nicht platt wird wird er im September ganz viele Drehs machen und im nächsten Jahr wird er auch wieder im Frühjahr ein paar Drehs machen die Zeitachse bleibt ja da unten so gesehen nicht stehen ja aber was interessant ist und da hilft ein Tagebuch sehr unter anderem gibt es ja wie gesagt ganz viele warum und es ist auch von der Entwicklungsstufe eines Händlers schreibt er jedes Mal auch was anderes rein weil es zu einem anderen Zeitpunkt andere Sachen wichtig sind aber der wesentlichste Punkt ist ja eins wo du sagst Moment mal wenn ich jetzt mal hier meine Gedanken drüber schreibe meine meine gedanklichen Kreisläufe die ich immer so mache dann stelle ich halt irgendwie fest dass komischerweise die hier obwohl die Zeit vergeht halt immer wieder dieselben sind immer wieder dieselbe Schleife immer wieder dieselbe die Zeit geht aber irgendwie das sieht nicht so aus gedanklich gesehen ich rede nicht vom Konto es geht von der Entwicklung wo ich sage es kann doch nicht sein dass ich in diesem Monat hier genau dieselben Sachen gedacht habe permanent wie in diesem Monat immer wieder und egal wo das Konto steht aber das kann immer wieder dasselbe immer wieder dasselbe vielleicht mit ein bisschen anderer Sprache mit einer kleinen Abwandlung aber und so weiter das heißt ich stehe vor einer Kreuzung ich gehe den Weg und irgendwo keine Ahnung was Bums bin ich wieder und bin ich wieder hier und dann das nächste Mal gehe ich dem Bums bin ich wieder hier und dann stehe ich wieder hier an der Kreuzung und so weiter so immer wieder das ist spannend mit einem Tagebuch ein kleines bisschen unter anderem mal rauszubekommen und man sagt äh täglich küsst das Murmelt hier gibt es den Film okay aber sei es mal drum dieses immer wieder ich stehe an derselben Kreuzung ich nehme mir vor es anders zu machen und dann stehe ich noch wieder und bumm stehe ich wieder am Anfang und irgendwann nervt das mal so richtig oh ja da rede ich nicht dass das Konto Aufbauleistung gemacht hat die du nachher wieder zurück machst ich rede jetzt mal nicht vom Monetären ich rede darum dass man sich gedanklich Wund schleppt kann sie kann man das sagen Jochen gedanklich Wund schleppen also ich sag mal so ich finde es einen sehr passenden Begriff ja sich Wund schleppen kann einer was damit anfangen gedanklich sich Wund schleppen oder ist das jetzt völlig deplatziert also wenn du mal 30 Kilo Gepäck mit 25 Kilometer Tagesleistung hattest weißt du was Wund schleppen ist und wenn man das ins Geistige überträgt ja würde ich schon sagen ja danklich Wund schleppen und natürlich ist es so dass in der Entwicklungsstufe eines Händlers er ganz viele solche Schleifen hat wo du sagst Alter hier war ich ein halbes Jahr drin dann ging es und wieder und dann ging es weiter und dann ging es weiter und dann ging es weiter deswegen dauert das lange und der Witz ist dass es ja nicht nur ein so ein Gedankenschrank Strang gibt sondern in einem anderen Thema tue ich mich eben versatz auch Wund schleppen es geht ja nicht dass man sich über das Thema Börsenhandel Wund schleppt sondern dort wiederum im Detail an einer Stelle sich die Zähne gedanklich ausbeißt und davon gibt es nicht nur einen da gibt es ein Thema wo du sagst komisch da bin ich schnell und zügig durch keine Ahnung habe ich nie ein Problem Ding einfach beim nächsten wiederum sagt nee das ist genau mein Thema ich komme da nicht weiter und so weiter also es ist nicht eines sind mehrere gedankliche Stränge von daher ist es interessant den Tipp möchte ich mal nur geben der eine oder andere meint immer mit einem Tagebuch ich weiß nicht dass er reinschreibt ich habe heute den zweiten Trade gemacht und der ging ich schreibe jetzt irgendwie blödsinn 300 Dollar Minus und den habe ich um 14 Uhr 27 begonnen und um 17 Uhr na 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 beendet ich meine das kann ich mit reinschreiben na klar aber es geht ja nicht drum um diese diese biografischen Daten eines Trades die kann ich ja im schlechtesten Fall brauche ich die gar nicht aufschreiben weil sie ja der Broker sowieso mitschreibt also ich brauche einen Kontoauszugrandel da sehe ich ja zwei Kontrakte 17 Uhr bla 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 sondern es geht darum dass man die Biografien zu diesem Trade eben auf einer anderen Ebene macht wo man sagt interessant bei diesem Trade habe ich wieder meine drei Gedankenschleifen gehabt die andere die vierte war warum auch immer ruhig aber diese eine schon diese eine schon diese eine schon und dann kommt was interessantes dazu dann kommt was interessantes dazu wenn ich nämlich zu diesen Gedankenschleifen hier die ich hier so mache parallel dazu stellt euch das irgendwie in einer anderen Dimension also irgendwie so als wäre das räumlich noch mit folgendes vor nämlich dass wenn ich hier einen Trade mache und ich stehe jetzt für den Trading Anfänger nicht für den Fortgeschritten und nicht für den weit Fortgeschritten der hat andere Inhalte was das Tagebuch betrifft ganz andere aber jetzt mal für den Anfänger dann habe ich hier eins zwei Trades gemacht und die nächste Woche werde ich ich schreibe irgendwas hin auch wieder 100 Trades machen und bis zum Sommer habe ich keine Ahnung in 3D 2000 Trades gemacht und so weiter alles gut aber wenn ich reingucke dann stelle ich ja fast fest dass ich in den fünf Stufen hin und her flacker und je nachdem wo ich rumgeflackert bin nehme ich zwangsläufig diese Gedankenwolke oder eben diese Gedankenwolke oder eben diese Gedankenwolke aufkam was meine ich mit den fünf Stufen wer schreibt denn hier tolle Frau ach Birkenbiel genau ja Wollen wir mal die fünf Stufen gucken was sind denn die fünf Stufen wo ein Dreh drin rumflackern kann ich rede jetzt nicht vom gedanklichen sondern wo er rumflackert und mit dem rumflackern des Drehtes zwangsläufig dieses Gedankenknäuel oder dieses Gedankenknäuel getriggert wird was mich dann am Ende nervt dass es eben nicht weil es getriggert ist sondern weil ich am Ende obwohl ich wieder an der selben Stelle rauskam ich kann von Dreh zu Dreh natürlich im Markt mich ändern so also der eine Dreh ist der DAX der nächste wo ich sage keine Ahnung mache ich halt keine Ahnung schreibe ich irgendwas hin den Bund so schreibe ich handel ich den Bund Future oder irgendeine Aktie gut also das heißt von Dreh zu Dreh wackele ich in den Märkten mal so mal so mal so das zweite ist dass ich in der verschiedenen Trendgröße rum wackele Trendgröße so oder Zeitanheit wegen mir weil mal mache ich den DAX auf 60 Minuten jetzt den Bund was weiß ich komm ich mache mal auf 10 Minuten Markt Trendgröße das nächste ist was mache ich denn für eine Handelsausrichtung so die Ausrichtung hier handle ich mal den Trend und jetzt haben wir ja eben gerade gehabt jetzt mache ich mal den Ausbruch das ist die dritte Stufe Markt unterschiedlich flackern okay Trend Zeitanheit oder Trendgröße wie auch immer flackern das dritte ist die Handelsausrichtung mal das mal das und das vierte und das fünfte ist sich selbsterklärend beim Trend nehme ich mal den Einstieg was weiß ich Punkt 2 mal mache ich aus der Korrektur mal nehme ich einen Indikator mal nehme ich eine Trendlinie egal und dann wiederum fünfte Stufe im Stopp so das heißt also im Stopp nehme ich da mal an der 3 mal nehme ich eine Trendlinie mal nach dem Indikator mal nehme ich den Bauch und hier drinnen in diesen 5 Stufen wackele ich permanent rum als Tradinganfänger völlig normal jeder von diesen Trades die ich hier jetzt mache wird unterschiedlich in seiner Gestaltung sein mal nehme ich den Markt die Zeiteinheit mal nehme ich den Einstieg mal das dieses Geflacker was man da nennt man flackert einfach rum das ist okay es ist nur dahingehend schwierig wenn ich in dem Geflacker feststellen will ob ich vernünftig handel weil ich ja im Grunde dann sage mein Konto ist oben oder unten und sage jetzt tue ich mich in der Gesamtkopperception als Händler entweder überhöhen oder mitunter vielleicht auch zu Unrecht schlecht machen obwohl das Konto rauf oder runter ist wie auch immer und ich kriege gar nicht mit dass diese 100 Dräts die ich gemacht habe 100 mal unterschiedlicher also mehr unterschiedlich geht gar nicht Jochen wie unterschiedlich waren deine Dräts am Anfang in diesem Geflacker in den 5 Stufen also man kann in 5 Stufen flackern es gibt keine 6 natürlich wie bei jedem anderen auch völlig durcheinander völlig alles da war keine Struktur Micha 0 jetzt wenn man es so sieht wie du das aufzeichnest und nochmal ich mag es also wie du immer auf den Punkt kommst und optisch arbeitest dass man das irgendwie gut sehen kann ich habe da ewig und 3 Tage gebraucht wenn ich überhaupt von alleine drauf gekommen wäre ohne Unterstützung jetzt durch Bücher und dergleichen aber da flackerst du du springst hin und her so habe ich halt empfunden und dazu kommt ja noch die emotionale Geschichte des vorangegangenen Trades die dich ja auch springen lässt ja also eigentlich ist es ist eine Geburt dass du da mal Ordnung reinkriegst oder wie wir sagen oder eine Struktur ja an die du dich ausrichtest freiwillig freiwillig ausrichtest ja ja genau diese Struktur dass ich feststelle hey dieser Trade den ich gerade gemacht habe unterscheidet sich doch von dem Trade 2 elementar beide haben dasselbe Ziel ich will Dollars oder Euros machen aber sie sind unterschiedlich nur einmal und zeitgleich sagt man naja ich bin ja am Lernen aber ich kriege gar nicht mit dass ich im Grunde gar nichts lerne weil dieser Trade mit diesem Trade fachlich und von der Struktur gar nichts gleich haben außer dass der hier was der Jochen sagte oftmals aufgrund von dem Ergebnis seine Geburtsstunde hat ja genau und jetzt in diesem ganzen Gemengelage in dieser ganzen Gemengelage kommen jetzt drum herum diese ganzen Gedankenknäule mal hier mal kommt hier das Knoll weil anderer Markt andere Trendgröße andere Einstieg und jetzt kommt dieses Thema ach jetzt kommen auf einmal habe ich die Stückzahl so hoch also kommt das Thema ploppt wieder auf und immer wieder stehe ich an derselben Kreuzung die bei dem ein Tritt eben an der Stelle kommt beim anderen eben gar nicht tauch kommt und beim nächsten Halbweg mir dreimal kommt und in einem Trading Tagebuch möchte ich Stück für Stück mal rausbekommen was hängt fachlich überhaupt beieinander oder aber was hängt überhaupt nicht zusammen wo flacker ich rum wo flacker ich nicht rum beziehungsweise an welcher Stelle hängen denn zwei Sachen zueinander wie hängt irgendwas zusammen der Gedanke hängt doch irgendwie ah guck mal das hängt immer mit dem zusammen interessant oder das hängt mit dem zusammen ah guck mal und dann kann man vielleicht mal wenn man ein Thema hier nimmt hängt zwangsläufig das und das vielleicht mit dran oder aber hier hinten dieser oder jener Marktkonstellation oder 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 so ein paar Zusammenhänge mal erkennen und ein Tagebuch ist gänzlich nicht dafür geeignet um einfach nur zu sagen hey guck mal das ist mein fünfter Plus-Tage das wollte ich gerade sagen gerade wollte ich sagen du kannst genau erkennen dass du in dieser Schleife oder in diesem in diesem Hin und Her Wackeln drinne bist übrigens doch im Tagebuch ich bin angekommen jetzt kann ich's wie oft ich da so und dann zwei Wochen später das Konto ist kaputt ich hab Geld nachschießen müssen du merkst genau wie du wie du völlig du bist so drauf konzentriert gut zu sein und du konzentrierst dich nicht auf den Prozess du bist immer bei deinem Ziel die Zielerreichung und nur über die definierst du dich der gleiche dumme Fehler wie da draußen jeder Anfänger mit großem Maul sorry jetzt der jeden und alles nach der Performance bemisst aber nicht nach dem Weg den man zu gehen hat und daran erkennst du es auch und das übrigens mich ja doch das hilft dann auch wenn man ein Tagebuch so bescheuert führt wie du es gerade sagst weil du dann doch erkennst oh weah ich will dich zurück ja Frage mal hier kam im Chat hatte ich gesehen bei der warte mal ich glaube Sabine jetzt ist sie schon weggetickt ich kann es hier jetzt nicht zurück scrollen wo sie sagte mal so ein Tagebuch mal sehen wäre vielleicht ganz interessant vielleicht kann der ein oder andere uns mal ein Tagebuch schicken was er führt vielleicht ist das auch mal ganz interessant nicht nur ein Trade sondern mal so ein Tagebuch vielleicht zwei Sätze dazu ich bedurte es noch mal ist das ein Tagebuch ein privates ist extrem privat also das würde ich nicht wollen natürlich wenn jemand will sehr gerne aber bei allem Respekt Sabine ein Wunsch aber überleg mal ich meine da stehen ja dann die die innersten Dinge drin ja also vielleicht wie auch immer genau und der Tagebuch ein Trading Anfänger das ist etwas wo ich überhaupt erstmal feststelle dass ich flacker und wenn ich anfänge zu flackern fachlich im Sinne von der Grundkonstellation eines Trades gleichsam also hier die Sabine wird es machen vielleicht kannst du dem Jochen oder mich anschreiben Sabine gerne Moment ist das die Sabine nee das ist jemand anderes oder es kam weil die Sabine selber sehe ich nicht mehr jetzt im Chat im Chat habe ich das da steht aber nicht Sabine doch steht doch Sabine Kruse nee bei mir nicht bei mir nicht sollst du einen anderen Chat haben bist du im anderen Webinar nein ich habe ja klar natürlich mit einem anderen Webinar oh alter nee weil ich hatte ich habe hier eine Abkürzung SK aber nicht der Name vorhin sage ich finde ich wurscht Sabine klasse wunderbar Mensch gern ja klar toll Kompliment dann machen wir machen wir das dann sollst du es schicken ja ja Micha ich habe es begriffen alles gut okay zurück also Training Tagebuch das heißt hier will ich erstmal feststellen wie unkonstant ich bin wie unkonstant ich rede gar nicht von fachlich Beständigkeit woanders wie unkonstant ich bin wo man feststellt interessant interessant das nächste wäre dann als Fortgeschnittener dann bringt man all seine Träts mit dem Thema der Großwetterlage ins Bezugsverhältnis das ist dann nochmal eine andere Geschichte hier stelle ich überhaupt erstmal mit einem Training Tagebuch fest wie viele Schleifen und wie viele ja wie gesagt dieses Rumgeflacker ich einfach habe und das ist ein Aha-Effekt weil der eine oder andere eben meinte das wäre alles nicht der Fall und das ist okay dass man das am Anfang denkt ist völlig in Ordnung später stellt man fest irgendwie doch oftmals ähnlich den nächsten Tag wieder und dann darf man natürlich nicht vergessen dass gerade als Trading-Anfänger und da denke ich können wir alle da ein Lied von singen wie sehr uns dieser Rausch des Vergessen dieser Nebel des Vergessen wie schnell er uns einholt dass ich im Grunde gar nicht mehr so richtig weiß was ich wer kann sich Frage in den Chat wer kann sich noch an seinen Dreh erinnern letzte Woche Mittwoch der zweite letzte Woche Mittwoch der zweite Dreh wer kann auf Anhieb noch sagen was da gelaufen ist auf Anhieb ein Swing-Trader vielleicht ja also gut wenn er sagt das ist mein einziger Dreh ich bin hier sowieso all in gerade in Krypto und das na klar das weiß ich aber ansonsten ihr wisst was ich meine im Intraday-Verlauf ja hat er nichts gemacht aber jedem weiß worauf ich hinaus will es geht nicht um letzte Woche Mittwoch sondern das in Anzahl von Träts man es stellenweise gar nicht mehr weiß und wie oft ist es so gerade als Trading-Anfänger wo du sagst ich war so im Rausch irgendwas passiert da mit diesem Chart wenn der live da rumwackelt als wäre auf einmal alles was ich bis dato inhaltlich oder fachlich oder für mich verankert habe und dachte ich weiß es und ich dachte ich will und so weiter und das auf einmal ist es weg irgendwie ist es weg und wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte ich würde es irgendwie als wäre ich früh aufgewacht und es fängt alles wieder von vorne an als hätte es das andere gegeben so und wenn man es aber am Tagesende ein kleines bisschen rausschreibt ein bisschen und natürlich sind wir ehrlich sind wir ganz ehrlich wenn ich es im Tagebuch nicht gleich reinschreibe das ein oder andere und das war eine Kackwoche in irgendeiner Form ich glaube kaum dass einer am Sonntag nachträglich den Dienstag den Mittwoch peinlichst genau dokumentiert wenn er es nicht gleich macht um rückwirkend da sich das mitunter nochmal anzutun wer hat das je rückwirkend peinlichst genau gemacht jene Woche aufarbeiten die so schrecklich war wo du sagst ich will nicht mal hören oder sehen und jetzt soll ich aber das ganze Wochenende mich um die Ohren schlagen und das aufarbeiten wer macht sowas also ich mit Sicherheit habe es früher nicht gemacht also alles nur nicht das ja ich rede nicht davon um das aufzuarbeiten es geht um den ganzen Mist den man gemacht hat wo du sagst das war ein ganz schlimmer Tag wenn man es nicht gleich macht genau schwierig das meine ich damit du kriegst es nicht mehr hin kriegst es nicht mehr hin wenn du es nicht gleich machst ja ja so und seine Gedanken ein bisschen in Worte fassen ein kleines bisschen das fängt an und macht an irgendeiner Stelle auch ein bisschen Spaß weil man anfängt in seinen Kopf rein zu gucken und das so ein bisschen raus zu und dann eben aufs Papier bringen egal wie bei einer Postkarte selbst wenn ich eine Postkarte schreibe muss ich ja meine Gedanken rausbringen in irgendeiner Form und beim Börsenhandel allemal weil ich ja erstmal feststelle wie voll mein Kopf ist mit irgendwelchen Müllstellen im Nachgang betrachtet Müll währenddessen ich davor sitze ist alles gerade wichtig nur 10 Minuten später rausgeschrieben eine Stunde später auf das Geschriebene geschaut stelle ich fest hä wichtig jetzt Müll wie kommt das alles interessant Jochen deine ganzen Tagungbücher hast du die alle noch ja gell also ich habe die auch noch von ganz vor Anfang ja 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 eingelagert im Moment in Deutschland in Kartons ja aber die habe ich aufgehoben logisch ja viele DIN A4 Blöcke sind das ich habe immer Blöcke gekauft einen Haufen und später habe ich dann umgestellt auf digital also einen Laptop immer dabei gehabt und so aber ich habe alles noch alles noch da hier hatte einer geschrieben Florian das fand ich witzig der tut das Aufnahme machen also draufpappen sehr gut ja klasse ja ja stimmt Mensch ein Video von sich selber mitschneiden das ist eine der einfachsten also sein Videotagebuch ja genau ja ja auch coole Nummer ja habe ich so also müsste ich jetzt nicht ein Beispiel wenn es einer aber klar technisch ist ja jeden Scheiß tut man da irgendwie dokumentieren aber wieso nicht per Video genau stimmt ja also es ist eine sehr gute Idee wenn man sogar noch eine Kamera hat es ist unglaublich wie die Gesichtszüge sich verändern wenn was verrutscht also das ist richtig der Hammer an der Stelle wir hatten das ganz früher aber das war mit anderen Überlegungen da ging es auch andere Schichten man kann ja auch im Grunde jetzt nur weil er das sagt auch als Trading Anfänger fällt mir das so gerade ein im Grunde ja auch seinen ganzen Trading Tag mitschneiden ja klar natürlich ja wo du sagst schau mal ich tue mal die ganzen Trade einfach mitschneiden also ein Screen also so wie sagt man hier eine Bildschirmaufnahme das ist ja technisch jetzt ja überhaupt kein Akt das kriegt man ja immerhin und wenn ich da zeitgleich auch noch babbeln kann dann ja umso besser oder aber man macht sein eigenes Zoom-Meeting also ich kenne es bei einigen aber das sind andere Geschichten worum es da geht dass die ein eigenes Zoom-Meeting machen und permanent das einfach aufzeichnen und so gesehen müssen sie das nicht permanent an und aus sondern es ist immer an auch coole Idee stimmt stimmt ja und dann kann man sich alles nochmal anhören Tagebuch mit Kurspreis und Anteile die man bekommen hat ist interessant die Stückzahl meint er vielleicht ach so ja aber das ist doch überhaupt nicht das worüber wir gerade reden oder oder kriege ich was er meint die Angelica ja vielleicht kann sie es nochmal reinschreiben was es ist aber in Diskussion mit sich dreht hier einer auch der Oliver in die Diskussion mit beslungenen dreht es angenommen ich müsste mich selber davon überzeugen dass das passt dieser Trade den ich machen möchte warum ich das mache ich müsste mich selber davon überzeugen argumentativ kann ich das in den kurzen Sätzen kann ich selber mich davon überzeugen warum das was ich jetzt mache richtig ist und wenn ich das kurz auf Band mache ja es ist gerade fachlich völlig richtig gegen die Großwetterlage zu handeln weil und ich setze Haushof um die Frau komm mal weil und das ist gut dass man es argumentativ versucht irgendwie wenigstens rüber zu bringen bevor man es halt macht wenn man sagt komm mal gib mir mal zwei Argumente die gut sein könnten für die Nachwelt jetzt muss ich nochmal drauf eingehen was die Angelika geschrieben hat ist doch genau das Gegenteil dessen was wir gerade besprechen ohne dass ich die Angelika angreifen möchte aber Tagebuch mit Kurspreis ich meine Kurspreise und dann Anteile die man bekommen hat das ist ein markttechnisches Webinar ich meine handelt sie mit irgendwelchen Anteilen vielleicht meinen sie jetzt in die Stückzahl einfach ich habe zu 111 gekauft und habe drei Kontrakte ich weiß nicht was sie meint ja also ich schreibe gerade sorry vielleicht hat sie es missverstanden okay alles klar also es geht bei dem Kritik Tagebuch jetzt nicht darum primär das ist also eine sekundäre Information die mit enthalten die mit enthalten sein können aber um die es primär jetzt nicht geht dass ich den DAX auf 10.100 gekauft habe da zwei Kontrakte und die wiederum sind am Ende an der Stelle nach so und so viel Uhrzeit mit so und so viel Punkten plus minus so und so viel Euro oder dort also in dem Fall dann Euro diese Information ist okay aber das ist ja nicht die Primär um die es geht weil im Zweifelsfall könnte der Broker genau das dir ja sowieso mitschneiden also was er ja auch immer macht jeder Broker hat ja am Ende des Tages vielleicht haben wir da nur irgendwie ein Missverständnis sondern es gibt primär dass man gedanklich an der Stelle andockt was war zu diesem Dreh alles links und rechts noch so interessant dass man das eben mitnotiert mitschreibt oder wie auch immer mitfüllen mit Audio und so weiter weil das ganz interessant ist im Nachgang mal festzustellen dass da etwas passiert eben diese Schleife und dann ist natürlich das Tagebuch dahingehend hilfreich dass man mal sagt interessant ich habe nicht nur eine ich habe zwei, drei, vier, sieben Gedankenschleifen an denen ich immer wieder hänge immer wieder hänge ich kriege das irgendwie nicht zu Ende gedacht immer wieder dieselbe irgendwie wo du sagst guck mal ich kann die mittlerweile sogar benennen ich kann das sogar auf einmal einen Finger drauf zeigen richtig wo ich sage A, B, C, D und ich weiß auch genau schau mal die Gedankenschleife ändert immer in diesen zwei Argumenten und die hier da habe ich immer zwei und ich kann mich nicht entscheiden mal so und so und bei dem ist es keine Ahnung das heißt ich kann es Stück für Stück so rausbringen und in dem Moment wo man es manchmal rausbringt in der Stelle in dem Moment wo man drauf gucken kann in dem Moment wo man sogar den Inhalt der Gedankenschleife ganz konkret in eine Frage formulieren kann die ist am Anfang vielleicht noch nicht ganz später kriegt man noch so ein Update und noch ein Update und am Ende ist es wirklich auf den Punkt gebracht die Frage die mich in dieser Gedankenschleife eigentlich berührt triggert oder im Kopf vor die Wahl stellt oder 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 und dann hat man eigentlich ja schon die Antwort nahezu richtig parat mit der richtigen Frage nur erster Schritt ist dass ich überhaupt erst mal feststelle dass es eine Schleife gibt und dass diese Schleife eine andere ist wie die nächste und so weiter also das ist nicht eine es gibt mehrere und wie sieht die genau aus das wäre eine schöne Geschichte die man unter anderem neben vielen anderen Sachen aus so einem Training-Tagebuch Stück für Stück rauslesen kann an der Stelle von meiner Seite auch kurz bemerkt es ist so es gibt schon spezielle ich sage jetzt mal technische Tagebücher oder Excel-Tabellen die man führen kann zum Beispiel als Skype-Trader da ist dann durchaus interessant die Kursdifferenzen zumindest mit Ergebnislage zu erkennen also sprich wie viele Prozent meiner Trades gehen eine Minute und liegen über fünf Punkte okay dann kann man solche sage ich mal jetzt wie es die Angelika geschrieben hat dann kann man solche Tagebücher aufführen ja also ich möchte nicht verteufeln oder so wenn jemand diese Daten dabei haben möchte aber der Schwerpunkt ist das was Micha gerade sagt und das hast du auch wenn du jetzt sehr nah am Markt arbeitest und so viele Trades machst am Tag dass du nicht jeden einzelnen Trade mehr aufschreiben kannst es kommt auch dazu ab einer gewissen Anzahl von Trades kannst du nicht mehr jeden bearbeiten also brauchst eine Art Zusammenfassung aber die sollte dann auch in das hinein münden was der Micha ja hier erklärt ja das vielleicht als kurze Ergänzung noch dazu okay Micha sehr gut sehr schön okay also das mal ganz kurz an der Stelle und wie gesagt selbst bei dem Dreckrekord selber nur weil man das hat beim Dreckrekord selber weiß ich nicht ob ich geflackert habe ja genau ich möchte das Flackert still haben hier unten steht ich habe 100 Euro mit 10 Euro Risiko gemacht und so weiter alles gut aber das Geflacker ich möchte ja feststellen wo ich sage Moment mal wie kam ich denn zu diesen acht verschiedenen Drehs mal den Markt mal die Zeiteinheit mal die Ausrichtung mal der Einstieg mal der Ausstieg ja und jedes Mal ist das was anderes das meint man mit diesem Geflacker so na dann an der Stelle Jochen oder würde ich hier den einen oder anderen nochmal für die die neu dabei sind hier nächste Woche was wir wieder haben Jochen und ich dann gucken wir ja jemand anders über die Schuld das ist wirklich ganz interessant wer daran teilnehmen möchte Moment der muss hier anrufen bitte nicht bei uns weil da können sie sich nicht einfach anmelden den Anmeldelink kriegt ihr vom Stefan so den Stefan hier anrufen macht euch mit dem Handy einen kurzen Screenshot Stefan anrufen fertig aus der gibt euch das der ist vom BH Self Invest das kann weder ich noch der Jochen machen weil wir da einige Fragen immer hatten wo wir so den Anmeldelink nicht bekommen haben ich kann das nicht machen Jochen auch nicht und ihr müsst Kunde sein und wenn es bloß ein Demokonto ist aber ihr müsst Kunde sein was auch immer genau dass du euch der Stefan erklären wie wo was alles passt dann seid ihr hier mit nächste Woche dabei oder aber für alle anderen muss ja nicht jeder machen alles gut dann hören wir uns in in 14 Tagen Jochen oder? ja in 14 Tagen spätestens spätestens danke super die Zeit ist schon wieder um Wahnsinn joi ne tolles Seminar Micha wie immer gute Themen kein Eigenlob sondern wirklich gute Themen finde ich dann denke ich hat es uns ein bisschen Spaß gemacht hier an der Stelle dann nächste Woche ja interessante Woche hoffe es mit Sicherheit sein und Jochen ja dann wir hören uns und sehen uns ja sowieso die Tage unten dann bei dir in Ungarn das passt und für alle anderen einen schönen Abend guten Abend gute Nacht was auch immer was da jetzt noch ansteht Jochen und da haben wir es oder? den haben wir es Jochen steht Gewahnung tschüss miteinander die Kontaktdaten von Jochen für die auf YouTube wo ihr die E-Mails hinschicken könnt beziehungsweise meine Kontaktdaten hier kann man auf YouTube ja in aller Ruhe nochmal anhalten und stopp drücken und dann passt es von daher Jochen schönen Gruß darunter und der Rest schön besteht an dich einen schönen Abend genau so ist es danke tschüss miteinander tschau tschau